Dann starten wir mal los und der Livestream sollte jetzt laufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jeden Tag passieren im Himmel und auf Erden unzählige faszinierende Dinge und es ist wichtig, die zu verstehen. Gerade in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten. Physik bzw. Naturwissenschaft ist die einzige Methode, das zu ermöglichen und die steht hier beim Physikalischen Verein im Mittelpunkt. Herzlich Willkommen! Es ist ja so, dass heutzutage unser Leben bis in den Alltag hinein geprägt ist von Wissenschaft und Technologie. Und eine ganze Menge Menschen interessieren sich für das, was in Wissenschaft und Forschung passiert. Und da kommt der Physikalische Verein ins Spiel. Wir sind keine Forschungseinrichtung, sondern eine Bildungseinrichtung. Unsere Arbeit ist die Wissenschaftskommunikation. Wir sind circa 2000 Menschen aller Altersstufen mit Interesse an Astronomie, Physik, Technik, Umweltschutz und anderen Naturwissenschaften. Unter uns sind Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, Lehrer und Schüler und auch Firmen, vor allem aus dem Rhein-Main-Gebiet, da wir in Frankfurt beheimatet sind. Nicht nur Albert Einstein, viele namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren und sind unsere Ehrenmitglieder. Seit 1824 sind wir Mittler zwischen den Naturwissenschaften und der Öffentlichkeit mit einem vielfältigen Angebot an Veranstaltungen. Ob Astronomie am Freitag, Schülervorlesungen, Workshops, Seminare, Vorträge, Ausstellungen, der Frankfurter Science Slam, Lehrerfortbildungen oder Förderpreise für Arbeiten auf diversen Forschungsgebieten. Für jeden ist was dabei. Ich kann hier gar nicht alles aufzählen. Wer es genau wissen will, auf unserem Webauftritt physikalischer-verein.de ist das alles detailliert zu finden. Also, schauen Sie mal rein. Auf der Webseite, hier auf YouTube oder viel besser, im echten Leben bei einer unserer Veranstaltungen. Oder super viel besser, Sie machen einfach bei uns mit. Nochmal herzlich willkommen. Mittwoch 19.30 Uhr und wir sind live, hoffe ich zumindest. Begrüße Sie ganz herzlich bei unserer Naturwissenschaft und Technik-Reihe heute als Livestream. Ja, Alexander Gerst, der bekannte Astronaut, ist ja, und das wissen viele nicht, ausgebildeter Geophysiker. Und sein Schwerpunkt, sein Forschungsschwerpunkt war Vulkan. Und in einem Interview hat er mal gesagt, Vulkane sind seine erste Liebe, der Weltraum kam erst danach. Also, Vulkane haben ihn schon lange vor der Raumfahrt fasziniert. Und es scheint ein physikalisch sehr spannendes Thema zu sein. Umso mehr freue ich mich, eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Physik der Vulkane zu begrüßen. Ein fröhliches Moin nach Hamburg an Dr. Lea Schaaf. Begrüße Sie. So, ich hoffe, wir haben guten Ton und man hört Sie. Also, der Chat könnte vielleicht mal reinschreiben, ob der Ton okay ist und so weiter und so weiter. Ja, gut. Um Sie ganz kurz mal vorzustellen, Sie werden ja heute etwas über Ihr Forschungsgebiet erzählen. Sie sind Geophysikerin an der Universität Hamburg am Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit, kurz CEN. Klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend und ihre Schwerpunkte sind Vulkane, sowohl in Theorie als Modellierung, als auch als Modellierung experimentell mit Messungen, aber auch Untersuchungen mit dem Doppler-Radar, was viele vielleicht als Regenradar auf ihrem Handy kennen. Ich hoffe, ich habe das so richtig zusammengefasst. Ja. Aber eigentlich wollte ich nur eine einzige Zusammenfassung oder eine einzige Vorstellung bringen. Ich habe ein ganz tolles Zitat auf Twitter gefunden. Sie sind ja gern gesehener Gast und begehrter Gast in den Medien, in Podcasts etc. Und da habe ich eine Einführung gelesen, die war so schön, die muss ich unbedingt nochmal zum Besten geben. Vulkane sind Individuen. Der eine ist gutmütig, der andere ein cholerischer Typ. Lea Scharf kennt sie alle. Es ist einfach nur, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Und nach dem Vortrag gibt es wieder eine Runde, wo Lea Scharf Ihre Fragen aus dem Chat beantwortet. Ich bitte Sie also fleißig zum Thema mitzuchatten und Ihre Fragen zu stellen. Ja. Liebe Lea Scharf, dann bitte ich Sie, Ihren Bildschirm zu teilen und mit Ihrem Vortrag zu beginnen. Ja. Der Livestream gehört Ihnen. Viel Vergnügen. Ja. Willkommen zu meinem Vortrag und vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich den Vortrag hier halten kann. Mein Thema heute, Vulkane, komplexe physikalische Systeme. Zuerst ein kleiner Dank an die Arbeitsgruppe Physikalische Vulkanologie von der Uni Hamburg, die mir doch sehr viel geholfen haben, teilweise bei der Erstellung dieses Vortrags, teilweise aber auch einfach nur in ihrer Arbeit, Zuarbeit und Mitarbeit. Ich würde gerne kurz anfangen und überhaupt einmal die Grundlagen legen, warum gibt es Vulkane auf der Erde. Dazu muss man sich einmal kurz in Erinnerung rufen, wie die Erde überhaupt aufgebaut ist. Die Erde hat einen festen inneren Kern aus Eisen, einen flüssigen äußeren Kern und einen Erdmantel. Auf dem Erdmantel ist die Erdkruste und die ist absichtlich so extrem dünn eingezeichnet. Denn die ist nur 10 bis vielleicht 60 Kilometer dick, die Erdkruste. Der äußere Kern ist flüssig. Das ist ganz wichtig für das Erdmagnetfeld. Denn da es sich um flüssiges Eisen handelt, was rotiert, ergibt es den sogenannten Geodynamo. Und ohne diesen Geodynamo hätten wir kein Erdmagnetfeld. Warum jetzt der innere Kern fest ist und der äußere Kern flüssig und auch der Erdmantel flüssig ist, das liegt an dem Druck und der Temperatur in der Erde. Ich habe hier ein kleines schematisches Diagramm mitgebracht, wo man sehen kann, dass der Druck von der Erdoberfläche oben bis ins Erdinnere unten ansteigt. Das ist die blaue Linie. Und auch die Temperatur steigt anfangs sehr stark an, ist im Erdmantel eine sehr lustig geformte Kurve und im inneren Kern steigt die Temperatur auch weiter an. Das heißt, wir haben ein Temperaturgefälle zwischen dem Erdinneren und der Erdkruste. Und Temperaturgefälle bedeutet ja, dass es letztendlich zu Wärmetransport kommt. Bei Flüssigkeiten kann sich dann Konvektion ausbilden. Und das ist genau das, was im Erdmantel auch passiert. Wir haben dann also im Erdmantel ein einigermaßen flüssiges Gestein. So kann man sich das vorstellen. Und da bilden sich Konvektionszellen aus. Nun ist ja oben auf den Konvektionszellen, auf diesem sich bewegenden Erdmantel, eine feste Kruste. Und diese Kruste wird dadurch in Bewegung versetzt und es kommt zur allgemein bekannten Plattentektonik. Hier ist jetzt mal kurz zusammengefasst, was es für Phänomene an Plattentektonik gibt. Und die meisten von diesen Phänomenen haben tatsächlich mit Vulkanen zu tun. Es gibt Stellen im Ozean, an den mittel-ozeanischen Rücken. Nein, das war falsch. An den mittel-ozeanischen Rücken. Ich hoffe, Sie können meine Maus sehen. Da wird die Kruste letztendlich aufgerissen und Magma strömt aus dem Erdinneren nach und füllt den Riss auf. Wir haben andere Regionen, hier rechts zu sehen, wo ozeanische Kruste unter die kontinentale Kruste subduziert. Auf der linken Seite subduziert ozeanische Kruste unter ozeanische Kruste. Das geht in beiden Fällen. In beiden Fällen kommt es aber in einer bestimmten Tiefe dazu, dass Wasser, was in den Sedimenten und in der Kruste mit eingebaut wurde und mit sedimentiert ist, wieder ausgelöst wird oder rausgepresst wird aus der Kruste. Und dieses Wasser steigt dann auf in den Mantelkeil da drüber, über der subduzierten Platte und verändert damit so die chemische Zusammensetzung so, dass dort Schmelze entsteht, Gesteinsschmelze. Und diese Gesteinsschmelze muss auch irgendwo hin. Die ist typischerweise leichter oder hat eine geringere Dichte als der umgebende Mantel und umgebende Lithosphäre und deswegen hat es Auftrieb und steigt auf. An den Stellen über den Subduktionszonen bilden sich Vulkanketten. Auf Kontinenten ist das dann die Vulkankette. Da kennen Sie alle zum Beispiel die Anden. Wenn wir ozeanische Kruste haben, dann haben wir einen sogenannten Inselbogen. Auch da gibt es Beispiele für zum Beispiel Japan oder auch die Aleuten. Es gibt noch einen weiteren Typ, nämlich den Hotspot-Vulkanismus. An der Stelle haben wir keine Plattentektonik, sondern wir sind mitten in einer ozeanischen Platte oder auch kontinentalen Platte und wir haben einfach Schmelze im Erdmantel und diese Schmelze muss irgendwo hin und sie steigt durch die Lithosphäre auf und bricht durch die Kruste durch und bildet dann einen Hotspot-Vulkan. Ein prominentes Beispiel dafür ist Hawaii. Und die letzte Form von Vulkanismus ist der Grabenbruch oder eine Riftzone. Dort reißt kontinentale Kruste auseinander. Und auch da ist dann eine Wegsamkeit für Schmelze gegeben, um aufzusteigen und die entstehenden Risse zu füllen. Und auch dafür gibt es Beispiele. Und bevor ich jetzt noch mehr Beispiele nenne, ohne dass sie genau wissen, wo sie sind, gehen wir mal auf die nächste Karte, nämlich wo sind denn die Vulkane weltweit. Hier ist eine Weltkarte eingezeichnet. Die schwarzen Linien sind die Plattengrenzen von den tektonischen Platten auf der Erde, sind nur die größten eingezeichnet. Die blauen Pfeile sind dabei die Bewegungsrichtung der Platte. Die Größe der Pfeile bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Platte sich bewegt. Ganz prominent sind hier vor allem die blauen Linien, also die Plattengrenzen mit blauer Linie drauf. Das sind die mittel-ozeanischen Rücken, an denen wir Vulkanismus haben. Dieser Vulkanismus ist aber hauptsächlich unter der Meeresoberfläche. Das heißt, wir nehmen den gar nicht so richtig wahr als Vulkanismus. Wir haben zusätzlich noch diesen roten Kreis rund um den Pazifik. Das ist der pazifische Feuerring. Und das sind letztendlich die Vulkane der Subduktionszonen, die rund um die pazifische Platte sind. Wir haben einmal in Südamerika die Anden. Dann geht es über Guatemala und Mexiko Richtung Nordamerika, haben dann im Norden von Nordamerika die Kaskaden. In Alaska beginnen dann die Aleuten. Das geht rüber bis nach Kamtschatka, Russland, die Kamtschatka-Halbinsel, die wiederum fortgesetzt wird in Japan und über Indonesien, Philippinen, über die Fidji-Inseln und Vanuatu, dann runter bis Neuseeland. Es gibt noch einen zweiten, den Sundarbogen. Das ist hier in Indonesien noch eine große Zone mit Subduktionszonen-Vulkanismus. Und das sind eigentlich auch schon die großen Subduktionszonen der Erde. Der Vulkanismus in Italien ist auch Subduktionszonen-Vulkanismus. Also sowohl Ätna als auch die äolischen Inseln, also Stromboli und Vulcano und auch Vesuv, alle in Süditalien, gehören auch alle zu Subduktionszonen-Vulkanismus. Die tektonischen Verhältnisse im Mittelmeer sind aber so hochkomplex, dass ich da gar nicht weiter drauf eingehen werde, weil da müsste ich Spezialist zu sein, um da was zu sagen. Bin ich aber nicht, gebe ich ganz offen zu. Was wir hier noch haben, sind ein paar Vulkane, zum Beispiel Island oder hier die Azoren. Das sind Vulkane, die auf mittel-ozeanischen Rücken liegen, aber trotzdem an Land sind, also trotzdem Inseln sind. Das sind tatsächlich eine Kombination, höchstwahrscheinlich eine Kombination aus Hotspot und mittel-ozeanischem Rücken. Also da haben wir einen Hotspot unter einem mittel-ozeanischen Rücken. Und deswegen haben wir so viel Schmelze, dass wir Inseln generieren können aus dieser Schmelze, zusätzlich zu der Kruste, die da anfällt. Prominenter Hotspot, hatte ich schon gesagt, ist Hawaii, mitten im Pazifik. Da ist sonst tektonisch nichts los. Da gibt es eben nur diese Vulkane. Und als Beispiel für ein Rift-System haben wir hier das Afar-Dreieck in Afrika. Das ist hier in grün eingezeichnet. Great Rift Valley. Das sind ein paar Vulkane, die auf einem auseinanderbrechenden Kontinent liegen. Das hört sich sehr dramatisch an, wenn ich sage auseinanderbrechender Kontinent. Da muss man immer in geologischen Zeiträumen denken. Also geologische Zeiträume sind, gestern war vor 10.000 Jahren, also überspitzt gesagt. Also man muss wirklich sehr lange Zeiträume bedenken. Was wir aber auch sehen, sind ein paar Vulkane im Roten Meer. Das ist eine ehemalige Riftzone, die wurde schon aufgefüllt mit einem Ozean, denn aus einer Riftzone wird normalerweise irgendwann ein Ozeanbecken und mit einem mittelozeanischen Rücken da drin. Also hier haben wir dann direkt den Übergang zwischen einer noch aktiven Riftzone zu einem mittelozeanischen Rücken. In Deutschland haben wir auch einen Vulkan, den Eifel-Vulkanismus, der ist hier oben auch noch mit eingezeichnet. Das ist, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber soweit ich das weiß, ein Hotspot-Vulkan. Direkt in der Nähe davon ist aber auch der Rheingraben und der Vulkanismus in den Burgesen und gleichzeitig auf der Schwäbischen Alb auf der anderen Seite, zentral massiv. Das hat meines Wissens mit dem Rheingraben zu tun, also mit diesem Grabenbruch. Aber da können mich auch gerne Leute, die sich dann mit dem Vulkanismus besser auskennen, vielleicht noch verbessern. Ich kenne mich eher mit der Physik aus und nicht unbedingt mit dem geologischen Setting von jedem einzelnen Vulkan. Wenn ich eine Vorlesung zu Vulkan halte, dann starte ich üblicherweise mit einer kurzen Umfrage. Das ist natürlich in diesem Format schwierig, wo ich ja kein Feedback einfordern kann. Aber mit Studenten mache ich diese Frage immer, nämlich eine typische Frage an Vulkanologen. Wie viele aktuelle Vulkane gibt es denn jetzt eigentlich weltweit? Das ist so die typischste Frage. Das frage ich immer in die Runde und dann kommen irgendwelche Antworten. Da kommt zum Beispiel eine Zahl von 100. Und dann sage ich, okay, Hand hoch, wer meint es mehr, wer meint es weniger. Ich kann aber die Frage nicht direkt beantworten, denn eigentlich müssen wir erst mal klären, was ist eigentlich ein Vulkan, ein aktiver Vulkan? Wann ist ein Vulkan aktiv? Normalerweise kriege ich dann direkt postwendend die Antwort, naja, wenn er nicht erloschen ist. Naja, und dann sage ich, okay, aber eins von beiden müssen wir schon definieren, weil erloschen oder aktiv, also wenn nichts davon aktiv ist, definiert ist, dann hilft uns das wenig. Und was heißt eigentlich erloschen? Also wenn wir jetzt nicht aktiv sagen, was heißt denn dann erloschen? Erloschen wirklich oder schläft der nur? Also er tut jetzt gerade nichts, aber er könnte wieder ausbrechen. Und diese Frage, die muss man tatsächlich irgendwie klären, um die Anzahl der aktiven Vulkane zu definieren. Und die wurde bisher auch immer ganz eindeutig definiert, nämlich mit zwei sehr intuitiven Grundsätzen. Der erste Grundsatz, den man sich überlegen kann, ist, okay, ein Vulkan, der letztens oder in letzter Zeit ausgebrochen ist, der wird auch wieder ausbrechen. Klingt intuitiv, klingt logisch. Warum auch nicht? Man kann aber genauso sagen, ein Vulkan, der länger keine Eruption hatte, der wird auch nie wieder ausbrechen. Ist auch irgendwie eine sehr logische, sehr klare Aussage. Beide Aussagen haben gemeinsam, dass sie irgendwie eine unspezifische Zeiteinheit beinhalten, nämlich letztens oder länger. Und wenn man da jetzt reingeht und sagt, okay, lass uns doch mal diese Zeiteinheit definieren, und zwar vielleicht wieder mit geologischen Zeiträumen, dann könnten wir sagen, okay, sprechen wir mal von den letzten 10.000 Jahren. Das ist so eine Zeiteinheit, mit denen, das ist so seit der letzten Eiszeit, das ist das Holozehn, also da, die Zeiteinheit ist auch schon definiert. Also, okay, ein Vulkan, der in den letzten 10.000 Jahren ausgebrochen ist, gilt als aktiv. Ein Vulkan, der in den letzten 10.000 Jahren nicht ausgebrochen ist, wird wohl auch nie wieder ausbrechen und ist somit erloschen. Das ist eine Definition, die gemacht wurde. Und mit der Definition kann ich jetzt auch die Antwort geben. Und die Antwort, das ist jetzt ein Screenshot von einer Webseite, auf dieser Webseite steht immer recht aktuell die Antwort. Und ich will sie eigentlich nur auf diese Webseite hindeuten, nämlich das volcano.si.edu. Das ist die Webseite des Smithsonian Institution, National Museum of Natural History. Und zwar da speziell Global Volcanism Program. Das ist eine ganz große Sammlung an allen möglichen Informationen über alle möglichen Vulkane auf der Erde. Also wer sich für Vulkane interessiert, dem sei diese Webseite ans Herz gelegt. Da findet man in den Frequently Asked Questions die Frage, how many active volcanoes are there? Ganz prominent, ganz oben. Und die Webseite wurde zuletzt aktualisiert im August, zumindest als ich den Screenshot gemacht habe, war es im August. Und da hieß es, okay, gerade jetzt eruptieren 48 Vulkane. Das können jetzt zwei, drei, vier, mehr oder weniger sein, seitdem. Aber sagen wir mal, okay, eine Zahl von 50. In diesem Jahr bis August sind schon 67 Vulkane ausgebrochen. Und auch die Zahl steht da drauf. Letztes Jahr sind insgesamt 74 Vulkane ausgebrochen. Also dieses Jahr sind irgendwie schon mehr Vulkane ausgebrochen, gefühlt, weil ja in acht Monaten gegen die letzten zwölf Monate. Es gibt aber noch mehr Zahlen da drauf, nämlich in den letzten 10.000 Jahren sind 860 Vulkane ausgebrochen. Und von denen wissen wir das. Das ist bestätigt, dass die ausgebrochen sind. Das heißt, 860 ist die Zahl, wo wir sagen können, okay, wir sind aktiv, aber schlafen vielleicht gerade. Es könnten aber auch bis zu 1332 Vulkane sein. Und diese Zahl kommt daher, dass wir die Möglichkeit haben, auch vulkanische Ablagerungen, zum Beispiel im ewigen Eis in Antarktis oder auch in Grönland zu finden. Aber möglicherweise können wir nicht zuordnen, welcher Vulkan das war. Wir können das Datum, nein, nicht genau das Datum, aber wir können das datieren. Also wir können ungefähr bestimmen, in welchem Zeitraum das war. Möglicherweise das Jahr genau bestimmen. Aber wir können möglicherweise nicht sagen, welcher Vulkan war es denn. Deswegen gibt es Eruptionen, bei denen das ein bekannter Vulkan sein kann oder eben ein unbekannter. Und daher kommt diese etwas größere Zahl. Aber so habe ich auf jeden Fall mal diese Frage beantwortet. Mit der Definition von 10.000 Jahren gibt es allerdings ein Problem. Naja, wie immer gibt es Ausnahmen von den Regeln. Und hier sind mal zwei Prominente. Die Yellowstone Caldera in den USA ist zuletzt vor 100.000 Jahren ausgebrochen, also wirklich vulkanisch ausgebrochen. Die gilt aber unter Vulkanologen als aktiv. Da war nichts mit 10.000 Jahren. Das Gegenbeispiel dazu ist der Pavon-Komplex im Zentralmassiv in Frankreich. Der ist zuletzt vor 5.000 Jahren ausgebrochen, gilt aber als erloschen. Der gesamte Komplex gilt als erloschen. Wird nie wieder ausbrechen. Also ist vielleicht diese Definition mit den 10.000 Jahren nicht so ganz gut. Wir brauchen eine andere Definition. Und da wäre sowas vielleicht besser zu sagen, okay, ein Vulkan gilt als aktiv, wenn sein Magma-Transport-System aktiv ist. Das ist ein Zitat aus einem Paper, was ich da unten noch zitiert habe, das mir sehr gut gefallen hat, denn das legt letztendlich komplett die Grundlage für alles das, was ich so mache in meinem wissenschaftlichen Arbeit. Die Frage ist nämlich, woher wissen wir, dass das Magma-Transport-System aktiv ist? Wie können wir denn das wissen? Und das bedeutet, dass wir letztendlich Symptome und Zeichen von Magma-Entstehung, Magma-Speicherung und Magma-Transport erkennen müssen. Wir müssen sie beobachten und wir müssen sie messen. Und das ist letztendlich die Grundmotivation und die Grundlage der physikalischen Vulkanologie. Wir versuchen, physikalische Prinzipien anzuwenden, um herauszufinden, wie Vulkane verflixt nochmal funktionieren. Dazu nutzen und entwickeln wir Messgeräte. Wir nutzen sie an Vulkanen. Wir nutzen bekannte Messgeräte, die vielleicht einfach irgendwie anders eigentlich gedacht waren, aber wir denken uns, hey, das kann man doch bestimmt am Vulkan auch irgendwie benutzen, irgendwas mit Messen. Wir machen auch numerische Simulationen und Laborexperimente und das alles zu Thermodynamik und Fluiddynamik und was einem sonst alles noch so einfällt. Aber die Hauptbereiche sind tatsächlich Thermo- und Fluiddynamik, die hier reinspielen. Jetzt habe ich Ihnen erklärt, wo Vulkane zu finden sind. Ich habe Ihnen erklärt, warum es die physikalische Vulkanologie gibt. Das motiviert jetzt. Wollte ich noch einmal kurz erklären, wie Vulkane eigentlich funktionieren. Denn auch das ist eigentlich hinlänglich bekannt, aber ich möchte einfach, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben. Wir gehen zurück zu diesem Bild mit der Plattentektonik und da fällt vielleicht auf, dass unter all den vulkanischen Systemen diese kleinen roten Punkte, nämlich Magma oder Gesteinsschmelze eingezeichnet sind. Und auch hier gleich einmal vorweg, Magma ist einfach Gesteinsschmelze, unabhängig von der Zusammensetzung. Es ist vollkommen egal, was für eine Zusammensetzung darunter liegt. Solange es in der Erde drin ist, heißt es Magma. wenn es aus der Erde rauskommt, also an der Oberfläche ist, heißt es Lava. Die Zusammensetzung spielt da keine Rolle. Es ist einfach nur drinnen oder draußen, Magma oder Lava. Dieses Magma muss irgendwie aus dem Erdinneren an die Oberfläche kommen. Da gibt es verschiedene Prozesse. Wir fangen mit dem einfachsten an, nämlich dem mitteloseanischen Rücken. Wie ich schon gesagt habe, die Kruste wird durch Slap Pull, also durch die abtauchende Platte an irgendeiner Stelle auseinander gerissen und da entsteht halt eine Lücke. Und in diese Lücke kann dann Magma nachströmen, erkalten, erhärten und neue Kruste entstehen lassen. Das ist der Vulkanismus an mitteloseanischen Rücken. Dementsprechend ist eigentlich der gesamte mitteloseanische Rücken eine große Vulkankette, wo ein Vulkan neben dem anderen ist. Wir sehen sie nur nicht, ist ja Wasser drüber. Deswegen kann man auch gar nicht so genau beziffern, wie viele Vulkane gibt es eigentlich wirklich, weil wenn wir jetzt die unter Wasser auch noch mitzählen würden, dann wäre die Zahl größer als 1300, definitiv größer als 1300. Ich werde auch nicht weiter jetzt von den mitteloseanischen Rücken reden, sondern mich auf die Vulkane, die mit der Atmosphäre zu tun haben, beschränken, weil das auch die Vulkane sind, die bei mir in den Studien behandelt werden. Das heißt, wir haben hier jetzt ein nicht ganz so einfaches System, wir haben Schmelze, aber die muss erst mal irgendwie durch die Kruste durch oder erst mal durch die Lithosphäre unterhalb der Kruste und dann noch durch die Kruste, bis sie irgendwann sich durch das Vulkangebäude, was ja dann auch schon da ist, nach oben arbeitet und an die Oberfläche kommt. Wie genau der Markmann-Transport durch Lithosphäre und die Kruste stattfindet, das ist tatsächlich immer noch nicht bekannt. Es hat noch niemand genau reingeguckt. So tief können wir einfach gar nicht gucken und nicht bohren und es würde auch niemand freiwillig neben dem Vulkan so weit bohren. Wäre ein bisschen gefährlich. Also sowas können wir tatsächlich nur durch Laborexperimente und durch numerische Simulationen herausfinden. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, das Magma kommt da irgendwie durch. Und das wird sich irgendwo unterhalb der Kruste sammeln. Das tut, wissen wir. Schließlich gibt es Vulkane. Wir nehmen einfach mal an, passiert. Dann haben wir vielleicht so ein Bild. Klassische Ansicht, wir haben irgendwie eine Magmakammer, einen Bereich, wo sich Magma sammelt. Das Magma sitzt dann da ein bisschen, macht irgendwas abkühlen, kristallisieren, wie auch immer. Und es gibt dann irgendwie einen Schlot, ein Transportsystem an die Oberfläche. Möglicherweise ist dieses Transportsystem etwas verzweigt. Magma oder Lava muss nicht immer am höchsten Punkt können sich auch an der Seite an den Flanken irgendwelche Spalten öffnen und Lava kann austreten. Es ist durchaus alles möglich. Es kann auch sein, dass es einfach stecken bleibt, dass so eine Spalte sich bildet, aber nur intern und dann eine Intrusion entsteht. Das heißt, Magma geht irgendwie in eine Schicht hinein und bleibt dort und wird da verfestigt und kommt gar nicht an Makama und irgendwie ein Schlot. Aber an der Referenz darunter, das ist eben aus einem Paper von 2019, sollte eigentlich klar werden, okay, das Paper ist nicht ganz so alt, das ist ein aktuelles Thema, wie sieht es da hinten tatsächlich aus? Und die Frage ist, ob es nicht dann doch eher so aussieht, wie jetzt auf dem rechten Bild. Also wir haben irgendwie eine Kruste und da drin irgendwie so eine Art Kristallbrei. Das sind diese schwarzen kleinen Striche, kleine Kristalle, die alle irgendwie da in so einem Brei drin sind und in diesem Kristallbrei haben wir ganz viele verschiedene Magma-Kammern, ganz viele Reservoire. Die Evidenz geht nämlich dahin, dass es nicht eine Magma-Kammer gibt, sondern mehrere. Also mit immer mehr Studien, mit zum Beispiel seismischer Tomografie, also durchleuchten via Erdbeben sozusagen, das ist so eine Art Ultraschall, aber nur, dass wir halt nicht Ultraschall nehmen, sondern Erdbeben, elastische Erdbebenwellen und damit dann so ein Ultraschallbild der Erde erstellen. Damit kann man eben auch unter Vulkane gucken, ganz, ja, mit sehr schlechter Auflösung, aber damit kann man eben sehen, Regionen oder viele Regionen, wo sich Schmelze sammelt und eben sagen, okay, es ist nicht aber es sind mehrere Regionen, in denen Magma gespeichert ist. Zusätzliche Evidenz kommt auch aus Analysen der Textur, was so viel bedeutet wie Gesteinsproben werden gesammelt von vulkanischen Gesteinen nach der Eruption. Die werden dann analysiert auf ihren Mineralgehalt, auf die Kristalle und vor allem auf das Kristallwachstum, weil bestimmte Kristalle und bestimmte Zusammensetzung bei bestimmten Temperatur- und Druckbedingungen wachsen. Und das heißt dann, wenn man komplett weiß, wie dieser Kristall gewachsen ist, dass man nachvollziehen kann, unter welchen Druck- und Temperaturbedingungen dieser Kristall gewachsen ist und dann eben vielleicht nachvollziehen, wo war denn jetzt dieser Kristall schon überall? Also ist der mal in einer höheren Magma-Kammer gewesen und dann wieder aus irgendwelchen Gründen weiter nach unten abgesackt in eine andere Magma-Kammer, bevor er dann letztendlich doch eruptiert ist. Und solche Sachen kann man auch eben über Texturanalysen machen. Das sind auch Laborexperimente letztendlich, Laboranalysen. Da habe ich aber noch nicht erklärt, was eigentlich so eine Eruption tatsächlich auslöst, also wie sie jetzt wirklich funktioniert. Und da gehen wir mal wieder zurück zu diesem ganz klassischen Bild. Wir haben die Magma-Kammer und einen Schlot obendrauf. Der Schlot ist mit Magma gefüllt, genau wie die Magma-Kammer und wir haben einen sogenannten magmastatischen Druck im Schlot. Sie haben wahrscheinlich schon mal von dem hydrostatischen Druck gehört, also dass, wenn Sie tauchen, der Druck mit der Tiefe zunimmt. so Druck auf den Ohren. Hydrostatisch heißt einfach, dass Sie eine Wassersäule über sich haben. Magmastatisch heißt, wir haben eine Magma-Säule über uns. Das ist das gleiche Prinzip. In der Magma-Kammer selber haben wir Magma drin. Das Magma wird mit der Zeit abkühlen. Durch dieses Abkühlen werden einzelne Bestandteile aus dem Magma in Kristalle gebunden, also wir haben Kristallisation. Andere Bestandteile werden entgasen. Also wir haben auch Gasblasen Bildung. Und die Kristalle typischerweise haben eine höhere Dichte und sinken ab. Die Gasblasen haben eine niedrigere Dichte und werden aufsteigen. Die Gasblasen haben also einen Auftrieb, steigen auf, steigen durch den Schlot auf und während sie durch diesen Schlot aufsteigen, erfahren sie immer nach und nach geringere Drücke. und dadurch wachsen sie. Sie wachsen auch, weil noch mehr Magma entgast und Gas in die Blasen wandert und sie wachsen auch, weil sie, wenn sie nah beieinander sind, einfach zu einer größeren Blase verschmelzen. Sodass von diesen Miniaturblasen in der Magmakammer irgendwann nur noch ein paar große übrig bleiben. Und wenn die an die Oberfläche kommen, dann platzen die. Und das ist das zumindest bei einem Eruptionstyp, was wir als vulkanische Eruption wahrnehmen. Nämlich das Material, was auf dieser Blase drauf war, das rausgeschleudert wird, das ist letztendlich das eruptierte Material. Also der Antrieb, die Antwort ist Gas. Es ist eindeutig einfach nur Gas. Ich habe schon gerade erwähnt, wir haben verschiedene Eruptionstypen. Also ich habe gesagt, es gibt nur einen Eruptionstyp, bei dem das tatsächlich genauso ist. Die Eruptionstypen entstehen dadurch, dass das Magma je nach Zusammensetzung eine unterschiedliche Viskosität hat. Viskosität ist die C-Flüssigkeit auf Deutsch. Sie kennen Blasen aus Sekt- oder Wasserflaschen. Da kann eine Blase sich beliebig bewegen und beliebig größer werden, wenn sie das möchte. Wenn ich aber jetzt eine hochviskose Flüssigkeit habe, zum Beispiel Honig, dann kann so eine Blase nicht einfach so wachsen, wenn sie das möchte, sondern sie muss erst mal diesen Honig verdrängen. Und wenn der Honig einfach so C-Flüssig ist, dann ist das nicht so einfach, das heißt, es kann sein, dass in diesen Blasen ein gewisser Überdruck bleibt. Und sie können sich auch nicht so einfach bewegen und von Magma lösen. Das heißt, sie sind vielleicht in diesem Magma mehr oder weniger gefangen. Sie werden auch nicht verschmelzen. Das heißt, wir bekommen nicht so viele große Blasen, sondern sehr viele kleine Blasen. Das heißt, der Auktionstyp, der wird kontrolliert durch die Viskosität des Magmas. Und die Viskosität des Magmas hängt ab von verschiedensten Dingen. Das ist eine hochkomplexe Geschichte. Hauptsächlich Zusammensetzung, aber auch Temperatur, Druck, Kristallgehalt, Blasengehalt und die Scherrate. Ich gehe jetzt noch mal kurz im Detail durch. Die Zusammensetzung ist hauptsächlich Silizium oder besser gesagt Silikat. Und da ist der Grundsatz mehr ist mehr. Also je mehr Silikat das Magma enthält, desto höher ist die Viskosität, desto zähflüssiger ist sie. Bei der Temperatur ist der Zusammenhang genau andersrum. Je höher die Temperatur, desto flüssiger ist das Magma, desto kleiner die Viskosität. Der Druck ist ein bisschen komplizierter, denn der Druck hat hauptsächlich eine Wirkung auf die Zusammensetzung. Zusammen mit der Temperatur und die Zusammensetzung hat wiederum eine Wirkung auf Kristallgehalt und Blasengehalt. Deswegen hat der Druck keine eindeutige Richtung. Aber die Viskosität hängt definitiv vom Druck ab. Beim Kristallgehalt ist es so, dass ich, naja, je mehr Kristalle ich habe, desto zähflüssiger ist das gesamte Drei-Phasen-Gemisch. Und hier muss ich jetzt einmal klarmachen, wenn ich jetzt hier von Magma spreche, dann meine ich, das Gesamtgemisch aus drei Phasen, nämlich dem flüssigen Gestein, den Kristallen, die da drinnen rum schwimmen oder mittransportiert werden, und den Blasen, die da drinnen sind. Und die Gesamtviskosität dieses Systems, das ist die Viskosität, die vom Kristallgehalt abhängt. Je mehr Kristalle ich habe, desto zähflüssiger wird dieses Gesamtgemisch. bis zu einem bestimmten kritischen Wert, wo die Kristalle anfangen sich zu verhaken und eben gar nicht mehr zulassen, dass es deformiert wird, wo dann nur noch das flüssige Magma durch ein Kristallgitter durchfließen kann. Beim Blasengehalt ist es etwas anders, denn Blasen lassen sich in der Regel sehr einfach deformieren. Das heißt, Diskusität ist ja nur die Möglichkeit, etwas zu deformieren. Wenn ich also eine Blase habe, dann kann ich etwas leichter deformieren, als wenn ich keine Blase habe. Das heißt, je mehr Blasen ich habe, je größer die Blasen sind, desto einfacher ist es zu deformieren, desto geringer ist die Diskusität. Aber wenn ich viele Blasen habe, zum Beispiel bei einem Schaum, dann habe ich den umgekehrten Effekt. Dann kann ich gar nichts mehr nur sagen, es handelt sich hier um ein nicht newtonisches Material. Also die Viskosität des Magmas ist abhängig davon, wie sehr ich sie deformiere. Also die Deformationsfähigkeit ist abhängig von der Deformation selber. So ein bisschen komplizierter. Ist halt nicht newtonisch in dem Sinne. Wir haben es also hier mit einerseits Thermodynamik zu tun. Einem Vielphasensystem, sprich die Zusammensetzung ist reine Thermodynamik. Was habe ich denn eigentlich für chemische Komponenten? Welche Mineralphasen sind bei welchen Druck- und Temperaturbedingungen stabil? Welche Mineralphasen bilden sich bei Abkühlung von da nach da? Und wo geht was in welche Kristalle? Und wo geht was in welche Gase lösen sich? Das ist ein Thermodynamik Vielphasensystem. Wir haben gerade in Hamburg eine Doktorarbeit, die sich sehr intensiv mit diesem System auseinandersetzt und versucht ein Modell zu schreiben, was letztendlich die Viskosität des Magmas für eine beliebige Zusammensetzung bei beliebigen Druck- und Temperaturverläufen berechnet. Und es stellt sich heraus, dass das hochkomplex ist. Also das wussten wir vorher schon, aber es wird komplexer und komplexer. Das Zweite, was hier drin ist, ist die Fluiddynamik. Und zwar da speziell eben ein Drei-Phasen-System, weil wir sowohl flüssiges Magma als auch Kristalle als auch Blasen mit einbeziehen müssen. Und auch das ist noch nicht wirklich, also es gibt Ansätze für numerische Modelle, die sich damit beschäftigen, wirklich alle drei Phasen in numerische Modelle für Fluiddynamik, also fließend im Schlot mit einzubeziehen. Bewegen wir uns ein bisschen weiter nach oben. Wir kommen nämlich jetzt an den Schlotausgang, die Ausbruchsdynamik. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ein Vulkan eruptiert? Und da habe ich jetzt mal vier Beispiele mitgebracht. Strombolianisch, Hawaiianisch, Vulkanisch und Plinianisch. Es gibt noch zwei oder drei andere, je nachdem wen man fragt, gibt es auch noch mehr Typen, aber das sind so die gängigsten Typen. Ich will einmal kurz die Unterschiede zwischen diesen Typen zeigen. Strombolianisch, dabei handelt es sich um genau das System, was ich vorhin beschrieben habe. Und zwar haben wir ein offenes System, was bedeutet, dass letztendlich der Schlot oben ist nicht verstopft und nixst. Das Magma ist offen in Richtung Atmosphäre eine Blase kann an die Oberfläche kommen und wenn sie an der Oberfläche ist, wird sie platzen. Bei einem strombolianischen System ist es so, dass die Blasen wirklich sehr groß werden und es bilden sich sogenannte Slacks. Ein Slack ist einfach nur eine Blase, die so groß ist, dass sie eigentlich eher lang ist, weil sie kann nicht mehr rund sein, weil sie in den Schlot nicht mehr reinpasst, wenn sie rund wäre. Wenn dann diese Blase oben platzt, dann sieht das wie auf diesem Foto aus, das ist ein Foto, was ich selber geschossen habe, Stromboli, das ist eine Belichtungszeit von, ich glaube, einer halben Sekunde war das, was meine Kamera damals hingekriegt hat, nicht auf einem Stativ, deswegen ist es ein bisschen verwackelt und diese Linien, das sind letztendlich einfach die Trajektorien der Partikel, der heißen Partikel, die aus dem Schlot herausgeschleudert werden, dem System. Und es handelt sich tatsächlich um einzelne Explosionen, es sind sehr kurze Events, 10, vielleicht 20 Sekunden dauernd und tatsächlich sehr schön anzusehen, also das ist ein spektakuläres Naturschauspiel, wenn man das sieht. Wenn wir jetzt die Viskosität des Markmas ein bisschen runterdrehen, also es wird ein bisschen flüssiger, dann kann es passieren, dass wir oder dann nähern wir uns eher diesem hawaiianischen System. Weil nämlich hier, wenn wir eine Blase an der Oberfläche platzen lassen, es zu einer Kettenreaktion kommen kann. Und zwar die Blase platzt an der Oberfläche und hat dadurch eine neue Oberfläche tiefer im Schlot geschaffen. Die Blase ist ja recht lang, die ist 10, vielleicht 20 Meter lang. Und diese paar Zehner Meter weiter unten im Schlot ist plötzlich eine Druckverringerung, Druckentlastung. Was bedeutet, dass die Gasblasen, die da drunter noch sind, expandieren können. Die können plötzlich expandieren und platzen an dieser neu geschaffenen Oberfläche, was dann wiederum eine neue Oberfläche noch weiter unten baut. Und so kann diese Druckentlastungswelle nach und nach im Schlot nach unten wandern und führt dazu, dass wir solche faszinierenden Fontänen, Lava-Fontänen bekommen, wie jetzt zum Beispiel hier ein Foto vom Kilauea-Vulkan auf Hawaii. Hier ist die Fontäne 450 Meter hoch. An dem Vulkan war ich leider selber noch nicht, da muss ich dringend noch hin. Wenn es offene Systeme gibt, was ich ja gerade erzählt habe, die zwei Systeme sind offen, gibt es natürlich auch geschlossene Systeme, sonst würde es keinen Sinn machen, diese Kategorien einzuführen. Bei geschlossenen Systemen haben wir das System zu, also da haben wir irgendwie einen Plag, einen Tropfen, einen Stopfen auf dem Schlot, wie auch immer der sich bildet. Das System hat üblicherweise eine höhere Viskosität, ist also zähflüssiger, was bedeutet, dass das Blasenwachstum verzögert ist und dass die Blasen auch nicht unbedingt zusammenwachsen können. Wir haben also viele kleinere Blasen in diesem System. Es kann aber trotzdem dazu kommen, dass Gas entweicht. Üblicherweise entweicht Gas auch über den Vulkankörper, also über die Schlotränder dann raus, seitlich aus dem System, aber manchmal eben auch direkt durch diesen Tropfen durch, auch da können kleine Risse sein. Es können sich aber auch größere Risse bilden und dann gibt es sogenannte Gasexplosionen, vulkanische Explosionen. Da habe ich hier ein Foto mitgebracht vom Santiago-Vulkan in Guatemala. Dass das hauptsächlich Gas ist, sieht man daran, dass es recht weiß ist, also die Wolke sieht nicht so schmutzig aus, wie sie aussehen würde, wenn da mehr Asche oder mehr vulkanisches Material drin wäre. Das ist hauptsächlich Wasserdampf. Es handelt sich hier hauptsächlich darum, dass Wasserdampf und vulkanische Gase explosiv entweichen. Bei solchen Explosionen geht es auch salopp gesagt der Vulkan nicht kaputt. Also ich habe hier noch ein Foto mitgebracht, das ist jetzt ein anderer Vulkan, Vulkan de Colima, der aber die gleichen Eruptionen zeigt, also auch diese vulkanischen Eruptionen und das war 2008 bei einem kleinen Überflug, wo wir mal ein paar Fotos machen wollten, wie der Vulkan von oben aussieht. Was man hier sieht, ist einmal der Kraterrand. Der Krater hat ungefähr einen Durchmesser von 300 Metern und man kann hier so ein paar verfärbte Stellen sehen mit so einer kleinen Dunstfahne. An diesen Stellen, das sind sogenannte Fumarolen, an diesen Stellen entweicht das Gas auch ohne Eruption. Also da kommt es einfach durch irgendwelche Risse durch das Vulkangebäude hindurch. Hier in der Mitte, dieser Maulwurfshügel hier, das ist ein sogenannter Dom. Das ist die frische Lava, die von unten aus dem Schlot rausgepresst wird, die komplett entgaste Lava, da ist kein Gas mehr drin. Denn das Gas entweicht teilweise über die Formarolen, aber eben teilweise auch durch vulkanische Eruptionen und zwar sehen Sie vielleicht diese kleinen Vertiefungen wie diese Dimpel auf einem Golfball, diese kleinen Vertiefungen hier oben drauf auf dem Dom. Das sind Mini-Explosionskrater, das sind die Stellen, wo es Gasexplosionen gab, wo Gas explosiv entwichen ist und dann so eine große Wolke gebildet hat. Muss man sich natürlich noch fragen, okay, aber wenn wir kontinuierlich entgasen haben und wir haben irgendwie Magma, was da rausgeschoben wird, wie funktioniert das eigentlich mit diesem Rausschieben? Da muss man ein bisschen in den Schlot reingucken wieder. Da gibt es nämlich zwei Prinzipien, Plug-Flow und Stick-Slip. Tief unten im Schlot kann man sich überlegen, okay, wir haben ein Rohr, sehr vereinfacht, und wir haben Strömung im Rohr und das typische Strömungsprofil in einem Rohr ist der sogenannte Poiseuil-Flow. Wir haben keine Bewegung am Rand, null Geschwindigkeit am Rand und maximale Geschwindigkeit im Zentrum des Rohrs, angedeutet hier durch die schwarze Linie. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass die Viskosität scherratenabhängig ist. Also gucken wir uns mal an, wie die Scherrate aussieht. Die Scherrate ist definiert als Änderung der vertikalen Geschwindigkeit gegen den Radius, also horizontal, was letztendlich bedeutet, vergleichen Sie mal die Länge von zwei benachbarten Pfeilen, wenn die sehr unterschiedlich sind, dann ist die Scherrate groß, wenn die ähnlich sind, dann ist die Scherrate niedrig. Also im Zentrum haben wir kaum Scherung, am Rand ist die Scherung maximal. Jetzt hängt aber die Viskosität von der Scherrate ab, was bedeutet, die eigentlich konstante Viskosität hier drin wird sich auf so eine Viskosität ändern. Die ist plötzlich höher im Zentrum, also im Zentrum möchte sich eigentlich nichts mehr deformieren und sie wird abgesenkt am Rand. Was dann dazu führt, dass wir weiter oben im Schlot irgendwann so ein Viskosität und Scherrat Profil bekommen und das ist dann der Plugflow. Da bewegt sich dann der gesamte Inhalt wie ein Stopfen nach oben. Da das energetisch niemals kontinuierlich passieren kann, auch wenn ich unten kontinuierlich drücke, passiert das oben immer so in Episoden und das ist dieser sogenannte Stickslip. Es bleibt immer wieder stecken und dann kommt es irgendwann wieder zu diesem Event und wird weitergeschoben. Und das ist so die Art und Weise, wie bei vulkanischen Eruptionen nach und nach Magma aus dem Schlot herausgedrückt wird. Jetzt bin ich Ihnen noch eine Sache schuldig, nämlich die Plinianischen Eruption. Das ist die berühmte Sektflasche. Ich öffne das geschlossene System. Ich habe also irgendwie durch einen Erdrutsch oder eine Domexplosion eine Druckentlastung, die durch den Schlot genau wie vorher bei den hawaiianischen Eruptionen nach unten wandert. Nur habe ich hier an dieser Stelle nicht Blasen in flüssigem Magma, wo das flüssige Magma beliebig nachfließen kann, sondern hier habe ich ganz viele ganz kleine Blasen, die in diesem Magma ja fest eingeschlossen sind, die aber trotzdem expandieren wollen, weil sie eine Druckentlastung haben, weil sie plötzlich einen großen Überdruck haben. Und durch dieses Expandieren wird das umliegende Magma zerrissen. Ich habe also einen Übergang von Gasblasen in Magma auf Gas mit Magma Fetzen drin. Und das nennt man Fragmentation. Und auch das passiert wie so eine Welle von oben nach unten durch in dem Schlot. Und das führt zu einer Plinianischen Eruption, wo sich der komplette Schlot und möglicherweise sogar die komplette Magma Kammer entleeren kann. Muss nicht, kann aber sein. Und das berühmteste Beispiel für so eine Eruption ist der Ausbruch des Vesuv 79 nach Christus, denn der wurde von Plinius dem Jüngeren beschrieben und deswegen heißt dieser Vulkantyp auch Plinianisch. Und hier ist ein Gemälde von 1822, eine künstlerische Darstellung des Künstlers, der sich einfach nach den Beschreibungen überlegt hat, wie das wohl ausgesehen haben kann. Gut, ich habe also gerade erklärt, wie diese verschiedenen Ausbruchs demamiken sind. Wir haben Strombolianisch, Blasenplatzen, Hawaiianisch, eine Lavafontäne und das führt dann auch oft zu einem Lavastrom. Vulkanisch ist eine Gasdominierte Explosion und Plinianisch ist eine Tefra dominierte Explosion. Ich habe noch nie erklärt, was Tefra ist. Alles vulkanische Gestein, was während einer Eruption aus dem Vulkan kommt, ist Tefra. Wenn man nur von Asche spricht, macht man einen Fehler, möglicherweise, weil Asche nämlich nur die kleinsten Teile beschreibt. Alles, was kleiner als ein Millimeter ist. Tefra ist alles, auch die großen Brocken, Asche sind nur die kleinsten Teile. Also kann ich ein kleines Zwischenfazit geben? Was treibt Eruption an? Gas. Was bedingt den Eruptionstyp? Also habe ich Blasenplatzen oder Fragmentation? Das ist eindeutig die Viskosität. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das messen? Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar könnte man mit einem Seismometer die Bodenunruhe messen. Also Seismometer werden üblicherweise im Boden vergraben. Auf der linken Seite dargestellt, das ist jetzt zugegebenermaßen nicht an einem Vulkan, sondern das war ein Praktikum in der Nähe von Jena. Aber wo man jetzt einen Seismometer vergrabt, gräbt es eigentlich egal, man misst die Bodenunruhe. Und Blasenaufstieg mit Seismometern messen. Auf der rechten Seite haben wir eine Installation, die ist im Moment gerade in Japan aufgebaut. Da versteckt sich in der Vegetation ein Infraschallmikrofon. Und zwar in der Metallkiste, die hier vielleicht zu erspähen ist. Da ist das Mikrofon drin. Wir haben hier so einen schwarzen Schlauch, der hier nach vorne kommt. Das ist einer von vier Schläuchen, die in alle vier Himmelsrichtungen gelegt sind. Das sind solche Gartenschläuche, diese porösen Gartenschläuche, die auch zum Bewässern benutzt werden. Und die dienen einfach nur dazu, hochfrequente Windgeräusche auszufiltern. Wir wollen nur den Infraschall, also alles, was niedriger ist als 20 Hertz. Also Druckwellen, die niedriger sind als 20 Hertz. Diese roten Kanister hier an der Seite, das sind wassergefüllte Kanister, die bedienen dazu, dass die Solarpanel, die dahinter befestigt sind, nicht wegfliegen. Weil es sehr schwierig ist, etwas wirklich stabil in vulkanischer Asche so einzubetonieren oder überhaupt so festzumachen, ist es einfacher, Wasserkanister hinzulegen und an diese Wasserkanister die Solarpanel festzumachen. Das Bild zeigt auch noch eine andere Sache, Vulkanasche ist ein sehr, sehr, sehr guter Dünger. Also man muss regelmäßig hin, um mindestens die Vegetation klein zu halten, damit die Solarpanel nicht überwuchert werden, damit wir immer noch Strom haben. Was man auch machen kann, man kann Kameras nutzen. Also hier, das Bild hatte ich Ihnen schon gezeigt, vom Santiago nur einen kleinen Ausschnitt, aber hier ist tatsächlich eine Kamera dabei, hier unten ist eine Infrarotkamera, hier ist eine Infrarotkamera versteckt, also man kann Kameras natürlich im visuellen Bereich nehmen, sichtbares Licht, zu messen, man kann UV nehmen, um Gas oder SO2 zu messen, zeige ich gleich auch noch ein Bild, und was hier auch noch ganz prominent drauf ist, ist das Dopplerradar, was wir in Hamburg hauptsächlich benutzen. Und zum Dopplerradar kann ich Ihnen auch zu diesem Vulkan, nicht exakt diese Eruption, aber da kann ich Ihnen einmal kurz ein bisschen Daten zeigen, also wie sieht das überhaupt aus, so eine Explosion oder so eine Eruption vom Santillegito Vulkan, was wir mit dem Dopplerradar messen, ist Geschwindigkeit und Menge von Tefra, also von allen Partikeln, die aus dem Vulkan herausfliegen. Die Menge ist hier durch die Farbe kodiert, Echo Power, das heißt einfach nur, wie viel wird zurückgestrahlt von der Energie, die ich aussende, kommt ja irgendwas zurück und je mehr da zurückkommt, desto mehr Material ist unterwegs, so kann man das recht einfach sich überlegen. In dieser Abbildung, das nennen wir ein Velocigramm, ist jeder Pixel beschreibt da die Menge an Material zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten Geschwindigkeit im Radargestrahl unterwegs ist. Zeitpunkt ist auf der x-Achse und die Geschwindigkeit ist auf der vertikalen Achse zu sehen, wobei die positiven Geschwindigkeit hier steigenden Partikeln zuzuordnen sind, also Partikeln die nach oben fliegen und die negativen fallenden Partikeln. Das heißt auch, dass man in so einer Abbildung, also ich sehe das mittlerweile sofort, weil ich da seit mehreren Jahren draufgucke auf diese Abbildung, diese Art Abbildung, ein plötzliches Erscheinen von schnellen Partikeln, also immer wenn man hier so einen Peak nach oben hat, bedeutet, da muss eine Explosion gewesen sein. Und jetzt sieht man hier auch schon, dass da mehrere Explosionen hintereinander, also man kann es zumindest vermuten, dass hier mehrere Explosionen stattgefunden haben, weil sich mehrere solche kleinen Peaks verbergen. Nochmal ein, hatte ich schon angekündigt, ein kurzer Blick auf die Kameras, das ist jetzt hier ein Bild aller unserer Kameras, die wir am Stromboli mal dabei hatten, am Stromboli Vulkan nördlich von Sizilien. Das sind hier zwei im visuellen Bereich, eine HD-Kamera und eine High-Speed-Kamera, daneben zwei Infrarot-Kameras, die in verschiedenen Wellenlängen messen und hier in diesem Super-Metall-Kasten ist noch eine Kamera, die im UV-Bereich sensitiv ist und die haben alle gleichzeitig den Krater beobachtet und ich zeige Ihnen mal beispielhaft zwei Abbildungen. Links ist eine Abbildung der Krater mit einer Infrarot-Kamera, da sehen Sie halt hauptsächlich das heiße Material, aber Sie sehen auch, dass der Krater das Sonnenlicht so ein bisschen reflektiert oder das Vulkangebäude auch gegenüber dem Hintergrund eine gewisse Temperatur abstrahlt. Auf der rechten Seite ist das Bild der SO2-Kamera, da wird mit der gleichen Kamera bei zwei unterschiedlichen Filtern im UV-Bereich ein Bild gemacht und aus dem Vergleich dieser beiden Bilder kann man ungefähr abschätzen, wie viel SO2 denn jetzt sich hinter jedem Pixel verbirgt. In dem Filter A, da wird nämlich SO2 absorbiert, deswegen ist das hier so dunkel im Filter B, das ist eine Wellenlänge, wo SO2 überhaupt nicht absorbiert, deswegen sieht man den Bereich hier auch nicht und wenn man jetzt diese beiden vergleicht, kann man ziemlich klar sagen, okay, da ist SO2 und ungefähr die Mengen. Also das ist diese SO2-Kamera, die wir nutzen. Jetzt sind wir auch aus dem Schlot schon ein bisschen in die Atmosphäre eingestiegen und jetzt wollte ich nochmal kurz auf den Tefra-Transport eingehen, wie wird Tefra jetzt in der Atmosphäre transportiert. Jede Explosion, Eruption fängt an mit im unterensten Teil, wir haben Tefra und Gas, wir haben irgendwie ein heißes Gas- und Tefra-Gemisch, was aus dem Schlot herausgeschleudert wird in der sogenannten Jet-Region. Das ist die Region, wo dieses Gemisch noch ballistisch, also per Impuls transportiert wird. Am Rand gibt es dann Turbulenzen, da wird Umgebungsluft mit eingemischt und durch dieses Einmischen von Umgebungsluft, die typischerweise kälter ist, passiert dann was ganz Besonderes, nämlich die Dichte dieses Gemischs wird geringer. Initial hat das Gemisch eine höhere Dichte. Zoom-Dichte hier mal schematisch mit der schwarzen Linie dargestellt, während die Atmosphäre Dichte hier mal gestrichelt dargestellt ist. Also initial haben wir eine sehr hohe Dichte. Wenn wir jetzt aber kalte Umgebungsluft einmischen, wird diese Umgebungsluft von den Partikeln aufgeheizt und dann haben wir einen Heißluftballon. Dann verringern wir die Dichte dieser Umgebungsluft des Gemischs und wenn wir Glück haben, verringern wir die Dichte so weit, dass sie unter die atmosphärische Dichte absackt und schwupps haben wir Auftrieb generiert. Und in dem Moment geht es weiter. Dann bekommen wir einen konvektiven Aufstieg der Eruptionssäule und zwar bis in eine bestimmte Region, nämlich die sogenannte Schirmregion. Das ist dann die Höhe neutralen Auftriebs, wo dann die Dichte des Plums wieder der Dichte der Atmosphäre entspricht. Und da wird sich dann Asche und Tefrau und alles Weitere horizontal ausbreiten. Das ist dann die sogenannte Eruptionswolke. Also wenn man von Eruptionssäule spricht, meint man nur den vertikalen Teil, die Eruptionswolke ist das, was sich horizontal ausbreitet. Und diese Eruptionswolke, die sollte uns allen irgendwie bekannt vorkommen. So ein bisschen provokativ gesagt, ich will auch den Vulkan nicht nochmal aussprechen, da habe ich mir bei meiner Doktorarbeit schon einen abgebrochen. Es geht um Aschetransport. Wir haben, wenn Asche durch Vulkaneruptionen in die Atmosphäre reingebracht wird, immer das Problem, dass da ja auch Flugzeuge fliegen. Und wir wollen also wissen, wo diese Asche hingeht. Und um solche Geschichten wie 2010 zu vermeiden, und davor auch schon, wurden die sogenannten WACS gegründet, Volcanic Ash Advisory Centers. Die haben die Erde in neun Bereiche aufgeteilt. Zuständigkeitsbereiche und für Island zum Beispiel ist das London WAC zuständig. Das ist dem Met Office, also dem britischen meteorologischen Dienst zugeteilt. Und die machen dann sowas wie eine Aschevorhersage. Die haben ja sowieso schon Wettervorhersage Modelle. Und um dann auch die Asche vorher zu sagen, nutzen sie ähnliche Modelle, um die Asche in dem lokalen Windfeld zu transportieren und vorher zu sagen, wo die Asche sich verbreiten wird und wo es dann vielleicht nicht so sicher ist, zu fliegen. Das gab es auch alles 2010 schon, wird aber natürlich aufgrund des Drucks seitdem und aufgrund der gestiegenen Motivation weiterentwickelt, immer weiterentwickelt. Die Modelle, die dafür genutzt werden, brauchen aber zwei Input-Parameter, nämlich in welcher Höhe wird wie viel Asche eigentlich freigesetzt. Und um das zu lösen, wird tatsächlich immer noch eine ziemlich einfache Pi-mal-Daumen-Rechnung genommen, die sowohl aus der Theorie kommt, als auch schon empirisch bestätigt wurde, aber wirklich sehr, 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 sehr einfach ist. Und zwar ist die Höhe über dem Vulkan, die kann man einerseits über Satelliten messen, aber die Höhe über dem Vulkan, die einen Plum erreicht, ist korreliert mit der Masseneruptionsrate. Das heißt, wenn ich messen kann, wie hoch die Wolke gegangen ist, kann ich ungefähr sagen, wie viel Masse muss denn eigentlich aus dem Vulkan rausgekommen sein, und dann kann ich ja diese Masse auch gleich da oben freisetzen. Das wird so ungefähr gemacht. Das ist aber sehr wirklich sehr Pi-mal-Daumen. was üblicherweise angenommen wird für diese Rechnung oder auch für dieses Modell ist, dass der Massefluss, also die Masseneruptionsrate, wie viel Masse pro Zeit durch den Schlot ausströmt, dass das konstant ist. Und da haben wir für, jetzt gehe ich einfach mal schnell weiter hier, haben wir für ein oder mehrere Vulkane mittlerweile gezeigt, dass das nicht stimmt. Also das hier ist jetzt wieder ein Doppler-Radar-Datensatz, diesmal vom Kolima-Vulkan in Mexiko. Das Radar steht an der Südflanke und guckt, das ist so ein bisschen dargestellt mit dieser rot gestrichelten Linie, guckt so von unten in den Eruptionsplum rein und diese vier Fotos wurden ungefähr so in dem Bereich 50 bis 80 Sekunden in dem unteren Bild aufgenommen. Ich kann es nicht so genau sagen, weil die Uhrzeiten leider nicht synchronisiert waren. Was man auch sehen kann in den Doppler-Radar-Daten, dass wir hier diese einzelnen Blobs haben. Also wir haben immer wieder einzelne Peaks nach oben, das heißt immer wieder irgendwie neues, schnelles Material, was durch den Radar-Strahl schießt, sprich eine Explosion in der Wolke selber, wenn man sich die Fotos anguckt, da kann man, ja, also man würde nicht sofort sagen, dass das einzelne Explosionen sind. Das heißt, wenn man nur die Wolke sieht, kann man sagen, okay, das ist ein stetiger Eintrag könnte sein. Unsere Daten zeigen aber ganz klar, das ist alles andere als stetiger Eintrag, das ist wirklich sehr gepulst und sehr explosiv. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das ist eine Masterarbeit, die gerade letztes Jahr fertig geworden ist, was macht denn dieser gepulste Eintrag mit der Wolkenhöhe? Und da haben wir einfach mit einem numerischen Modell mal durchgerechnet, wenn wir jetzt verschiedene Pulse in verschiedenen Zeitabständen am Wend einströmen lassen, in welche Höhen gehen denn diese Wolken? Und es hat sich gezeigt, dass der zeitliche Abstand zwischen Pulsen auf der X-Achse aufgetragen, dass der einen ziemlichen Einfluss hat auf die Wolkenhöhe, die tatsächlich erreicht wird, auf der Y-Achse. Also da muss noch sehr viel mehr geforscht werden und da werden wir dann auch sicherlich noch mal weiter in die Fluid Mechanik Spezialecke reingucken müssen, um zu gucken, was da in pneumatischem Transport und solchen Sachen schon alles geforscht wurde, ob wir da irgendwas übernehmen können, assimilieren können und dann für Vulkane anwenden. Was passieren kann? Und das ist das, was leider auch oft passiert, wenn das Entrainment, also das Einmischen von Umgebungsluft nicht genügt und wir also keinen Auftrieb bekommen, dann kollabiert die gesamte Eruptionssäule und dann kommt es zu einem pyroklastischen Dichtestrom. Das bedeutet, dass diese gesamte Eruptionswolke, die sonst eigentlich in die Atmosphäre aufgestiegen wäre, auf die Erde zurückfällt und den Hang herunterläuft. Und das kann verheerende Zerstörung bedeuten. Auch da, und da kann ich Ihnen sagen, das ist das erste Mal, dass sowas überhaupt gemessen wurde, kann ich Ihnen ein Datenbeispiel zeigen, denn wir waren in der glücklichen Lage, dass wir einen pyroklastischen Strom mit dem Radar gemessen haben, also wir haben Geschwindigkeiten von einem pyroklastischen Strom gemessen, während er den Hang heruntergelaufen ist, ohne dass das Radar dabei kaputt gegangen ist. Denn um das zu messen, muss dieser pyroklastische Strom exakt auf das Radar zulaufen, ansonsten würden wir nicht sehen. Ich bin schon so ein bisschen über der Zeit, deswegen werde ich das Bild jetzt hier nicht großartig weiter erklären, ich habe noch so zwei, drei andere Sachen, die ich noch erzählen wollte. Was ich aber jetzt noch sagen muss, ist, dass acht Monate später leider das passiert ist, da kam der nächste pyroklastische Strom und der hat dann das Radar kaputt gemacht. Also wenn man Vulkanologie macht und an Vulkane geht, muss man immer damit rechnen, dass der Vulkan einmal alles kaputt macht. Das passiert unweigerlich irgendwann und sei es nur durch Korrosion. Also das ist eine sehr feindliche Umgebung, in der man Forschung machen kann. Eine Frage, die mir immer gestellt wird und letztendlich auch eine der Motivationen für, darum überhaupt sich mit Vulkane zu beschäftigen, ist, kann man Eruptionen eigentlich vorhersagen und dazu muss ich ganz klar sagen, ich hoffe, dass man das irgendwann mal kann. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber, und da kann ich jetzt wieder nur das Anfangszitat zitieren, jeder Vulkan ist einzigartig, es kann sein, dass man an einem Vulkan verschiedene Eruptionstypen findet. Ätna zum Beispiel fängt oft an, dass er strombolianische Eruptionen zeigt und geht dann langsam in eine hawaiianische Fontäne über. Das lokale und regionale Spannungsfeld, in dem Vulkane stehen, ist an jedem Vulkan anders. Was meine ich damit? Die Kruste steht immer irgendwie unter Spannung, das merken wir, weil es überall immer wieder Erdbeben gibt. Und diese Spannungen kontrollieren natürlich auch, wo Risse aufgehen und wo Wegsamkeiten sind für Magma, dass eben Magma überhaupt mal durch die Kruste durchlaufen kann oder dann auch aus der Magmakammer weiter nach oben steigt. Es gibt kann kann man eigentlich auch nur, also kommt man nicht dran vorbei zu sagen, okay, jetzt müssen wir dann doch mal in die Statistik abweichen. Und das ist so die letzte Kleinigkeit, die ich noch erzählen will. eine Masterarbeit 2016 ist schon ein bisschen her, aber da haben wir uns mal extrem mit Statistik beschäftigt. Und zwar haben wir uns angeguckt, wie die, wie viele, wir haben uns den Eventkatalog angeguckt, den wir über ein Jahr und ein paar Monate, also von Mai 2014 bis Juli 2015, wo das Radar zerstört wurde, am Kolima gemessen haben. Wir Datensatz herausgepickt und haben mal gezählt, das ist jetzt hier aufgetragen, wie viele Eruptionen pro Tag gab es denn. Und da kann man schon sehen, es gab wohl offensichtlich im Januar 2015 einen großen Anstieg an Eruptionen, vorher war es eher ruhig. Der pyroklastische Strom, den wir gemessen haben, der war hier im November, das war einer von diesen hier, und der das Radar kaputt gemacht hat, das war dann hier hinten. Grau dargestellt sind Bereiche, in denen wir öfter mal Systemausfälle hatten, dadurch, dass Regenzeit war und dann immer so Wolkenbedeckung war und die Solarpanel das System nicht mehr laden, die Batterien nicht mehr aufgeladen gekriegt haben. Aber trotzdem kann man mit diesem Datensatz schon richtig was anfangen. Man kann sich nämlich angucken, welche Zeitdauer zwischen Eruptionen habe ich eigentlich, weil das ist vielleicht eine sehr interessante, also zur Gefahrenabschätzung auf jeden Fall sehr interessant. Wenn ich weiß, da war gerade eine Eruption, habe ich jetzt die nächsten drei Stunden Ruhe und wird es erst nach vier Stunden wieder kritisch. Das ist eine sehr wichtige Information, gerade für Vulkanologen oder auch für Touristen, die sich einfach den Vulkan mal angucken wollen. Wir haben uns also angeguckt, wie die Zeitabstände zwischen diesen Eruptionen sind, die sogenannten Inter-Event-Zeiten und haben davon ein Histogramm gemacht. Also hier auf der Y-Achse aufgezeigt die Anzahl der Inter-Event-Zeiten, die wir gefunden haben und auf der X-Achse die tatsächliche Inter-Event-Zeit in einer leider sehr nicht aussagekräftigen Zeit von Sekunden, also 3 mal 10 hoch 5 Sekunden ist jetzt nicht so, sagt mir jetzt nicht unbedingt direkt was Kopfrechner vor. Was jetzt aber hier mit diesem Histogramm interessant zu machen ist, man kann versuchen herauszufinden, ob es irgendeine statistische mathematische Verteilung gibt, die da dran passt. Und wenn man eine gefunden hat, die passt, dann kann man vielleicht über diese mathematische statistische Verteilung eine Aussage treffen über das System selber, kann das System charakterisieren. Und wir haben einfach mal drei mögliche getestet. Die erste reiner Zufall, es passiert, wenn es passiert, das wäre doof, weil dann hätten wir bewiesen, wir können nichts vorhersagen. Wir hoffen also, dass es die nicht ist, aber das ist ein sogenannter Poisson-Prozess und der ist gegeben durch die Exponentialverteilung. Eine einfache mathematische Formel mit einem Parameter Mühe. Brauche ich jetzt nicht weiter darauf eingehen auf die Formel. Die zweite Verteilung ist einfaches Versagen. Das wird beschrieben durch die sogenannte Weihwohlverteilung. Die hat auch noch einen zweiten namen, Lebensdauerverteilung. Da wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert mit der Zeit an. Die wird ganz oft genommen, um zum Beispiel die Lebensdauer von Glühbirnen zu beschreiben. Da wird es ja auch mit der Zeit immer wahrscheinlicher, dass die Glühbirne irgendwann mal kaputt geht. Könnte beim Vulkan ja auch sein. Hat zwei Parameter und sieht der Exponentialverteilung erschreckend ähnlich. Also hat auch sehr viel Gemeinsamkeit mit der Exponentialverteilung. Ein dritter Kandidat, den wir noch gefunden haben, ist die logistische Verteilung. Da haben wir zwei konkurrierende Prozesse, die am Werk sind. Da kann man sich überlegen an einem Vulkan, zwei Prozesse, die da am Werk sind, Druck oben, die ganze Zeit ab. Das sind ja schon irgendwie zwei konkurrierende Prozesse. Also ja, warum nicht? Nehmen wir den doch auch mal. Auch hier ist wieder eine Formel gegeben und die ist auch nicht gerade sehr einfach, aber es ist jetzt auch erst mal nicht so wild, wie die aussieht. Was wir dann gemacht haben, ist für alle drei Formeln die beste Gleichung oder die besten Parameter, den Best-Fit zu berechnen, also den Parameter oder die zwei Parameter, wo die Kurve am besten an die Daten ranpasst. Und die drei Kurven, rot, grün und blau gestrichelt sind rot logistisch, grün Weibull und blau gestrichelt ist die Exponentialverteilung, also das, was wir nicht wollen. Mit dem Auge könnte man jetzt hier an der Stelle schon sagen, ja, ist doch ganz klar, das ist die rote, die passt Auge verlassen, man muss hier tatsächlich mit statistischen Tests arbeiten. Und das haben wir auch getan, wir haben mehrere Tests genommen, aber ich nehme jetzt einfach den Kolmogorov-Smirnov-Test, so einer der bekanntesten, den man so nehmen kann, um zu testen, ob eine Verteilung, eine bestimmte definierte Verteilung mit bestimmten Parametern wirklich an die Daten, die empirischen Daten passt. Und wenn dieser KS-Test eine Eins gibt, dann heißt das, vergiss es, passt nicht, das kann man nicht, also das wird nicht zusammenpassen. Also können wir an dieser Stelle schon sagen, juhu, exponentiell die Hypothese können wir verwerfen, auch die Hypothese können wir genauso verwerfen. Was wir nicht verwerfen können, ist die log-logistische Verteilung, das gibt eine Null. Aber bei Statistik ist das ganz gemein, das heißt nicht, dass das jetzt genau die Verteilung ist, sondern das heißt nur, die darfst du weiter im Hinterkopf behalten. Aber wenn du noch andere statistische Verteilungen findest und testest, vielleicht sind die ja genauso gut. Also das heißt nicht, das ist jetzt wahr, sondern das kann ich nicht falsifizieren. Aber von diesen dreien ist das diejenige, die am besten passt. Und das heißt, für diese drei können wir sagen, gut, dann arbeiten wir erst mal weiter mit dieser Hypothese, wir haben zwei konkurrierende Prozesse am Werk, eine logistische Verteilung und als Prozesse könnten wir ja mal Druck und Temperatur annehmen. Was das jetzt bedeutet und wie man das jetzt modellieren kann und vielleicht mal diesen Prozess irgendwie numerisch aufsetzt, um so einen künstlichen eruptierenden Vulkan zu erstellen, das wird die Zukunft zeigen. Das wird vielleicht eine der Master Arbeiten in nächster Zeit. Als Zusammenfassung wollte ich einmal nochmal komplett auf die Physik eingehen, also Vulkane. Das, was an Vulkanen definitiv ist, ist die Zusammensetzung und die Thermodynamik. Alles andere baut irgendwie darauf auf. Wir haben Kristalle und Blasen, die sich irgendwie bilden und irgendwie auf die Viskosität einwirken. Die Viskosität wiederum bestimmt die Fluiddynamik im Schlot. Die Fluiddynamik im Schlot bestimmt den Eruptionstyp und die Ausbruchsdynamik, also ob wir jetzt strombolianischen und vulkanischen Typen haben, ob es eine plinianische Eruption geben kann. Und das wiederum bestimmt die Eruptionssäule, ob es überhaupt eine gibt oder ob es nur einen Lavastrom gibt. Also haben wir jetzt das auch wieder mit Thermo- und Fluiddynamik in der Eruptionssäule zu tun? Oder Lavaströme habe ich hier noch gar nicht erwähnt. Auch da kann man natürlich mit Fluiddynamik arbeiten und gucken, wo denn so ein Lavastrom hinfließt. Aber alles führt letztendlich zu der Motivation, sich mit Vulkaren zu beschäftigen. Es ist eine Gefahr für die lokale Bevölkerung. Und die versuchen wir zu minimieren. Und damit bin ich dann auch fertig. Danke. So, ich bin jetzt mal die Stimme aus dem Nichts. Sie müssten Ihren geteilten Vortrag wieder entteilen, da wird wir wieder in diese gemütliche Zweierrunde rutschen. Genau, wunderbar. Gut, ja, also vielen lieben Dank, war eine sehr interessante Sache. Es sind auch einige Fragen im Chat aufgelaufen, aber jetzt habe ich erst mal eine Frage, und zwar Sie hatten ja viel von Vulkangasen gesprochen und kam mal Wasserdampf, kam auch mal bei der Kamera SO2 irgendwie rein, aber welche Gase sind denn das jetzt im Konkreten? Also hauptsächlich ist es tatsächlich Wasserdampf, als Zweitmeistes ist CO2, kommt CO2 aus dem Vulkan raus, wobei SO2 manchmal ist SO2 und CO2 auch gleichbedeutend und danach kommen dann in verschiedenen geringeren Mengen Salzsäure, Flusssäure, Schwefelwasserstoff, diese ganzen netten Sachen, die man nicht einatmen möchte, aber das sind sehr geringe Mengen. Aber die machen den Geruch dann auch Ja, das kann dann sehr anfangen zu stinken, nach faulen Eiern, das ist ganz typisch. Weil ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und der hat gemeint, naja gut, mit dem Klima und dem CO2 bei einem Vulkanansbruch wird doch viel mehr CO2 frei, als der Mensch produzieren kann und das ist dann kein fossiles CO2. Stimmt das so oder ist das Quatsch? Nein, da gab es vor nicht allzu langer Zeit ein Paper drüber, die haben mal abgeschätzt, wie viel CO2 im Jahr durch verschiedene Vulkane produziert wird und was wir da gesehen haben, oder das war ein Doktorand, der das mal so zusammengetragen hat, der Vulkan, der jährlich am meisten ausstößt, war der Ambrim-Vulkan auf Vanuatu, wenn ich mich recht erinnere, und der stößt aber weniger aus als das berüchtigte Block Kohleheizkraftwerk in Moorflet, was in Hamburg gebaut wurde, was aber glaube ich schon wieder vom Netz ist. Also so ein Kohleheizkraftwerk stößt immer noch mehr CO2 aus im Jahr als ein Vulkan. Okay. Borde Colli fragt, woher kommen die Gase in den flüssigen Gestein? Ich dachte, das Gestein drückt von unten wegen Tektonik und bewirkt die Ausbrüche. Wenn die Gase sind letztendlich in dieser Gesteinsschmelze gelöst, also wenn Sie jetzt eine Sektflasche haben oder eine Bierflasche Sprudelwasser, wenn die zu ist, sehen Sie ja auch nicht, dass da Gas drin ist. Da sind ja keine Blasen zu sehen, trotzdem ist das Gas da drin. Weil es einfach unter hohem Druck und hoher Temperatur steht, ist das irgendwie in diesem Chemisch einfach irgendwie mit eingemischt. Und wenn jetzt eine Temperatur oder Druck Veränderung, also bei einer Flasche, wenn man die öffnet, ist es eine Druckveränderung, plötzlich gibt es diese Blasen und dann geht das Gas aus der Lösung letztendlich raus in die Gasblasen rein. Henrisches Gesetz oder so was, glaube ich, war das. Wie das genau heißt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber Effekt ist bekannt. Gut, was haben wir hier noch an wunderbaren Chatfragen? Also es kam da einiges. Was mich nochmal, meine eigene Frage stellt, also dass Vulkane klimawirksam sind, ist aber denke ich unbestritten. Es gab glaube ich mal im 18. Jahrhundert einen isländischen Vulkan, der dann ganz Europa in einen sehr harten Winter gestürzt hat. Oder dieser berühmte Supervulkan, der vor 72.000 Jahren ausgebrochen ist, der die Menschheit auf ganz wenige Individuen dezimiert haben soll, durch eben hochatmosphärischen Staub irgendwie. Also das ist ja doch eine klimawirksame Sache, so ein Vulkan. Ja und nein. Also der Vulkan auf Island, das war der Laki, das war glaube ich die Laki Eruption und da gibt es ganz klar historische Aufzeichnungen, es gab den Jahr ohne Sommer, also da war wirklich ein Jahr lang Winter und das andere müsste der Toba Vulkan gewesen sein. Ja der Toba Vulkan, genau. Also die Wirkung von Vulkan ist zeitlich sehr begrenzt, deswegen sage ich immer, aufs Klima haben wir keinen Einfluss, wir haben aber Einfluss aufs globale Wetter für ein bis drei, vielleicht vier Jahre. Deswegen bei der Frage bin ich immer so, Klima ist es nicht, es ist Wetter, es ist globales Wetter und es ist ein paar Jahre, aber eben nicht über Jahrzehnte oder so. Und wie das funktioniert ist letztendlich, ist es auch wieder das SO2. Ich habe also Schwefeldioxid, das in der Atmosphäre mit Wasserdampf reagiert und zu Aerosolen wird. Wenn ich in der Troposphäre bin, wo es halt auch ab und zu mal regnet, wo halt auch Wolken sind, dann wird das ausgewaschen in saurem Regen. Das müssten ja auch alle noch irgendwie mal gehört haben mit dem sauren Regen. Wenn ich jetzt aber dieses SO2 in die Stratosphäre bringe, also ab 15, 20 Kilometer Höhe, die höhere Atmosphäre schicht, da gibt es eben keinen Regen mehr, da wird es nicht ausgewaschen. Da bilden sich aber trotzdem Aerosole und das sind so kleine Partikel, die sind Mikrometer groß oder ein bisschen kleiner als ein Mikrometer. Die brauchen auch irrsinnig lange, bis sie wieder rausfallen, weil sie eine sehr kleine terminale Sinkgeschwindigkeit haben. Die brauchen ein paar Jahre, eben ein bis drei Jahre, um wieder zu sedimentieren und zur Erdoberfläche zurückzufallen. Und diese kleinsten Teilchen, die reflektieren an Teil Sonnenlicht. In der Stratosphäre werden die global verteilt und reflektieren dann überall ein Teil des Sonnenlichts, sodass netto weniger Sonnenlicht an der Erdoberfläche ankommt und deswegen ist hier unten sich nicht so stark erhitzt. Das ist der Effekt. Okay, verstanden. Gut, Wolf Wall fragt im Prinzip, wie genau kann man Vulkanausbrüche vorhersagen? Das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Man will ja eine möglichst genaue Vorhersage haben, wann irgendwie ein Ausbruch passiert oder eine Gefährdungslage ist. Ja, wie ist da der Stand? Sie sagen, Sie haben die Hoffnung, dass man das irgendwann mal kann. Naja, es ist natürlich unterschiedlich. Erstmal kommt es darauf an, welchen Vulkan. Also es gibt Vulkane, die sind sehr gut überwacht. Also da gibt es sehr, sehr große Monitoring-Systeme mit allem, was man sich so vorstellen kann. Also alle physikalischen Parameter, die einem irgendwie einfallen, werden überwacht. An den Systemen kann man natürlich immer sagen, je mehr passiert, je mehr Aktivität ich messe, desto wahrscheinlicher ist es, dass was passiert. Aber wir können auch an den Systemen niemals sagen, morgen um drei. Also es geht einfach nicht. Wir können eine Wahrscheinlichkeit dafür angeben, dass in der nächsten Zeit oder innerhalb der nächsten Woche was passiert. Aber das bedeutet ja letztendlich nur, es kann auch sein, dass nichts passiert. Oder es passiert morgen oder gleich, in der nächsten Sekunde. Wahrscheinlichkeiten sind ja sowieso immer total schlecht zu fassen. Damit kann man ja eigentlich nicht umgehen. Also was wir ja wirklich gerne hätten, ist tatsächlich diese Uhrzeitangabe dann. Das geht aber nicht. Und da bin ich mir auch recht sicher, das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Zumindest nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre. Da bin ich mir ziemlich sicher, da müssen wir noch sehr viel forschen. Ich glaube, Stromboli ist super überwacht. Das ist gerade das Beispiel, was ich jetzt auch noch nennen wollte. Stromboli hat diese normale strombolianische Aktivität, kann aber auch ganz anders, also hat auch sogenannte Paroxysmen. Das ist dann wirklich eine Explosion, fast eine plinianische Eruption, also wirklich Partikel so weit in die Atmosphäre und auch so seitlich so weit geschleudert werden, dass man an der Stelle, wo man normalerweise als Tourist ist oder auch wo wir normalerweise unsere Messgeräte aufbauen, dass man da nicht sicher ist. Wir hatten das gerade, 2019 war das, eine Explosion mit Studenten, haben da unsere Messungen gemacht, sind wieder nach Hause gefahren und einen Monat später haben wir über Webcam-Videos gesehen, dass dieser Vulkan ausgebrochen ist. Und da ist mir anders geworden, weil ich gesehen habe, okay, da, wo wir standen, da hätten wir nicht überlebt. Unsere Geräte, die wir da noch hatten, die sind auch nicht mehr, die gibt es nicht mehr oder sind durch Ablagerungen jetzt verschüttet. Doch kein ungefährlicher Job, den Sie haben. Nee, ist es eben nicht, aber man muss halt, man muss mit diesem Risiko arbeiten und ich weiß auch jetzt für mich, dass ich wahrscheinlich die Geräte an Stellen, an den Stellen, wo ich sie bis jetzt immer einigermaßen unbeschwert aufgebaut habe, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr tun werde. Also ich werde noch hochgehen, aber ich werde die Zeit da oben minimieren, auf jeden Fall. Ich werde immer wissen, wo ist meine Fluchtroute, wie kann ich innerhalb der nächsten Sekunden hier runterkommen und ich werde vor allem immer vorher fragen, ob das Multigassystem funktioniert, denn das ist die einzige Möglichkeit, eine gewisse Vorwarnung zu geben. Das war nur leider kaputt zu der Zeit, denn bei Stromboli scheint es so zu sein. Auch da ist es wieder mit sehr großer Vorsicht zu genießen, weil das wieder eine Statistik kleiner Zahlen ist. Also es gibt irgendwie so fünf, sechs, vielleicht sieben Beispiele, wo es so war oder wo man glaubt, dass es so gewesen ist. Das Verhältnis zwischen CO2 und SO2 hat sich geändert. Es war im Verhältnis mehr CO2 in dem Gas, was aus dem Stromboli rauskommt. Was bedeutet, dass das ganze Magma oder das Gas aus größeren Tiefen kommt. Was bedeutet, da kommt frisches Magma und frisches Magma ist immer gefährlich. Und wenn das klar gewesen wäre, also dieses System funktioniert hätte und auch die ganze Warnkette da komplett intakt gewesen wäre, dann hätten wahrscheinlich die Behörden schon früher den Gipfel dicht gemacht. Aber es ist zum Glück, es ist zwar eine Person ums Leben gekommen, aber nicht durch diesen Ausbruch direkt, sondern durch einen Waldbrand. Und dann ist sie halt durch die brennende Vegetation nicht mehr runtergekommen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also in meiner Wahrnehmung bis vorhin, also vor dem Vortrag, war Stromboli für mich irgendwie so eine Mischung halb Vulkan, halb Touristenattraktion. Aber die Touristen werden ja so in sicherer Entfernung vorbeigeschippert und sagen danach, wie schön und so. Aber dass der dann doch ja auch mal böse werden kann. Ja, das ist halt so. Er macht das ganz selten. Und das ist halt so der Punkt, auch da gibt es ja Forschung zu, aus den Sozialwissenschaften und Psychologie, wie so Gefahren wahrgenommen werden. Also dass man zum Beispiel nach so einer großen Eruption die lokale Bevölkerung fragen kann, wie gefährlich finden sie das? Oder würden sie wieder zurück zu ihren Häusern gehen? Und so nach so sieben bis zehn Jahren sagen die Leute, wieso ist doch nicht gefährlich? Obwohl sie den letzten Ausbruch selber erlebt haben und diese gesamte Gefährdung, die von so einem Vulkan ausgeht, miterlebt haben. Und das ist eben für solche Sachen wie Stromboli ist es auch so. Da werden dann auch irgendwelche Regularien nach und nach wieder runtergefahren, da passiert ja nichts. Und dann, naja, passiert doch wieder irgendwann was. Also Stromboli ist eine schöne Sache. Schon Goethe war ja, glaube ich, sehr entzückt auf seiner Italienreise, als er den Stromboli gesehen hat. Was ich bei gelesen habe, da gab es wohl auch etwas aus ihrer Arbeitsgruppe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo man mit einer künstlichen Intelligenz versucht hat, die Vorhersagen von Stromboli zu machen. Stimmt das oder habe ich da mich geirrt? Vorhersagen? Wo man so ein neuronales Netz trainiert hat, das so ein bisschen Muster erkennt oder irgendwie. Ja, also Vorhersagen, damit hatte das erstmal nichts zu tun, sondern es ging darum, automatisch die Events in den Daten zu finden. Also ich habe ja ein paar Bilder gezeigt von Radardaten und die Datensätze sind durchaus recht groß, gerade wenn man das Gerät da über Jahre stehen hat. Und da möchten wir natürlich, wenn da jemand per Hand durchgeht, um diese Events zu picken, da wird man irgendwann gaga. Und das ist natürlich so eine künstliche Intelligenz, die das für einen zuverlässig zu einer bestimmten Genauigkeit erledigt. Natürlich super. Und das ist das, was wir an Stromboli-Daten versucht haben, auch erfolgreich gemacht haben, auch an anderen Daten setzen. Das ist aber, glaube ich, bis jetzt nur in Masterarbeiten veröffentlicht, also nicht in irgendwelchen... Aber wäre das eine Möglichkeit irgendwie mit KI auch die Vorhersage etwas zu verbessern? Ich meine, Stromboli ist ja wie so ein Modellsystem, weil der ständig am Ausbrechen ist, dass man dann wirklich dann irgendwelche Algorithmen hat, die das dann doch gut vorhersagen könnten. Naja, das Problem an KI ist immer, dass jede KI eigentlich auch nur ein statistisches System hat. Das heißt, eine KI ist immer nur so gut wie die Daten, die zugrunde liegen und die statistische Verteilung, die in diesen Daten steckt. Also eine KI lernt die Statistik und kann dann auch nur diese Statistik wieder reproduzieren. Also was Neues wird da nicht drin sein. Das heißt, wenn es möglich ist, also angenommen, man hat ganz viele verschiedene Parameter, physikalische gemessene Parameter und steckt die in so ein neuronales Netz und trainiert das Netz damit, dann könnte es möglich sein. Also zumindest Events des gleichen Typs, die schon mal mit bestimmten Mustern eben aufgezeichnet wurden, und die kann man dann sicherlich auch zufällig vorhersagen. Aber Neues, was an Vulkanen immer passieren kann, weil sich irgendwas irgendwo geändert hatte, gab es irgendwo ein Erdbeben, hat sich hier irgendwo eine heiße Quelle verschoben und zack ist der Vulkan ganz anders. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber es können immer solche Sachen passieren. Dann ist einem auch das neuronale Netz nichts mehr, weil das eben dann wieder irgendwas ist, was es noch nie gesehen hat und das wird es niemals vorhersagen. Okay, aber gut, also die Statistik, mich hat es ja sehr beruhigt, dass es eben nicht diese Weibull-Verteilung ist, wo es heißt, irgendwann ist es mal wieder soweit und es müsste jetzt mal an der Zeit sein wieder, dass irgendwas ausbricht, denn das hört man ja immer von diesem berühmten Supervulkan oder dieser großen Magma-Kammer im Yellowstone-Park, dass das bald mal wieder an der Zeit wäre und schon längst überfällig ist und das wäre ja auch ein Event, was die Menschheit ja, wenn nicht ausrotten, aber zumindest sehr schädigen und zurückwerfen würde, so ein Supervulkan. Es wäre auf jeden Fall nicht gesund für den Großteil der Menschheit, so könnte man das, glaube ich, vorsichtig ausdrücken. Ja, die Geschichte mit dem überfällig, auch das ist wieder Statistik. Also ich meine, wir können natürlich sagen, wir haben so eine gewisse Regelmäßigkeit, bestimmte Vulkane brechen alle 100 Jahre aus, aber dann machen sie halt einfach auch mal vielleicht 500 Jahre Pause und brechen dann im nächsten Jahr 110 Mal aus und im Mittel ergibt sich dann wieder die 100 Jahre und so ist das eben mit diesen Vulkanen und mit diesen ganz großen Zeitabständen eben auch. Es kann sein, dass einfach nichts passiert. Wenn man sich das Erdmagnetfeld, die Umpolung des Erdmagnetfelds anguckt, da sind wir auch längst. Ja, ja, ja. Muss da eigentlich auch mal wieder sein, dass wir uns umpolen. Trotzdem passiert es nicht oder vielleicht doch. Zum Glück noch nicht, denn das ist auch, glaube ich, nicht ohne, wenn das mal passiert. Nee, das ist auch nicht unbedingt ohne. Im Chat kamen noch einiges zu, einige Fragen zu den Eifelvulkanen, also die Frage, ob die vielleicht wieder mal ausbrechen können. Also ich weiß, dass ja Maria Laach irgendwie vor 13.000 Jahren da ausgebrochen ist, aber es gibt wohl immer noch Gasblasen, die aus den Maren da hochsteigen. Das heißt, da unten ist irgendwie eine Magmakammer. Kann man da irgendwie was zu sagen, ob da eine Gefahr ist oder? Also ich, ganz ehrlich, ich bin kein Experte für die Eifel. Ich bin kein Experte für den Vulkanismus in Deutschland. Aber ich weiß aus Vorträgen von anderen, dass da tatsächlich, dass die Eifel als vulkanisch aktiv gilt, weil eben CO2 aus dem Boden strömt. Also Gasblasen, ja, man kann es an manchen Stellen des Larra-Sees wohl auch blubbern sehen. Und es gibt auch Stellen, wo man in der Vegetation beobachten kann, dass da wohl mehr CO2 aus dem Boden kommt, weil es da Gräser gibt, die gerne auf CO2-haltigem Boden wachsen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte noch irgendwas sagen. Gräser, die aufgrund des CO2 am Boden der Mare wachsen. Was war das mit dem CO2? Und was war das andere? Dass da irgendwas ist, also dass da aber... Genau, die Aktivität, die generelle Aktivität. Es gab vor nicht allzu langer Zeit mal im Eifel-Raum mehrere Zeitungsartikel über einen wissenschaftlichen Beitrag, dass ganz viele Erdbeben gefunden worden sind. Und da wurde das so hochgekocht. Ja, die Eifel ist aktiv und oh Gott, oh Gott, gibt es da jetzt neues Magma, das irgendwie gerade aufsteigt. Und dazu muss man ganz klar sagen, ist es möglich, aber das kann auch einfach nur eine falsche Interpretation sein, weil, und das sagt der Hauptautor des Papers selber, die haben einfach neue Messgeräte aufgestellt und diese Messgeräte sind viel empfindlicher als alles das, was da vorher war. Das heißt, möglicherweise hat man diese ganze Aktivität vorher einfach nicht gemessen. Man hat sie einfach nicht gesehen, weil sie irgendwie im Allgemeinen Neuss, im Allgemeinen, ja, mit der Allgemeinen Bodenbewegung übersehen wurden. Und jetzt gibt es halt neue, spezielle Supermessgeräte, die das auch alles mit aufnehmen. Und deswegen wurde das publiziert und gesagt, hey, wir haben da was irgendwie gesehen und das sind Beben in bestimmten Tiefen, die haben wir vorher noch nicht gesehen. Aber das heißt ja nicht, dass sie vorher nicht da waren. Also ist das ganz schwierig zu sagen, ist das jetzt wirklich neue Aktivität oder ist es immer so gewesen? Auch da müssen wir jetzt erst mal Zeitreihen über 10er Jahre, 20, 30, 40 Jahre messen und mal gucken, bleibt es so oder ändert es sich? Und wenn es sich ändert, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, mit der Panik anzufangen. Okay. Also im Moment ist es tatsächlich einfach so. Ich meine, Maria Laach ist ja auch ein berühmter Wallfahrtsort. Vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen Gottvertrauen haben, dass es irgendwie gut geht. Das war die Frage von Border Collie. Wie wahrscheinlich ist es, dass in der Eifel wirklich mal ein Vulkan aktiv wird? Und welcher Typ ist das, fragt ihr noch? Was wäre das dann für ein Typ? Also die Eifel gilt als ein Supervulkan. Also wenn, das wäre es wahrscheinlich in die Richtung Plinianisch. Oder noch größer. Aber da wir da speziell am Laacher See eben auch noch einen See involviert haben, haben wir dann eben auch noch Wasser mit drin, was dann Phreatomagmatisch ist. Das ist ein Typ, den ich gar nicht erwähnt habe. Was aber auch zum Beispiel für Hunga Tonga interessant ist, weil wir ganz viel Wasser in der Nähe von extrem heißem Magma haben. Und jeder weiß, was passiert, wenn man einen Tropfen Wasser auf eine heiße Herdplatte packt. Und wenn man jetzt nicht einen Tropfen Wasser auf eine Herdplatte packt, sondern einen See oder einen Ozean auf eine sehr große Herdplatte, kann man sich ungefähr vorstellen, dass die Explosion viel größer wird, als sie eigentlich ohne das Wasser gewesen wäre. Das Wasser ist natürlich dann irgendwann recht schnell weg und verdampft. Und dann wird es eine normale Vulkanexplosion. Aber trotzdem wollen wir das eigentlich nicht erleben. Ja, das ist klar. Niemand will das. Das ist zu nah. Gut. Wolf Wolf hat noch eine ganz grundsätzliche Frage. Was haben Erdbeben mit Vulkanen beziehungsweise mit Vulkanismus zu tun? Ja, gleiche Ursache würde ich mal sagen, oder? Also Plattentektonik. Ja, Plattentektonik kann man ganz generell sagen. Aber erst mal, jede Bewegung in der Erde wird als Erdbeben bezeichnet. Also sobald man in der Erde irgendwelche Brüche hat oder wo zwei, ja, so ein Riss aufgeht und irgendwas aneinander vorbei rutscht, wird ein Erdbeben generiert. Also Bodenunruhe. Und in Vulkanen gehen ständig irgendwelche Risse auf, weil sich Magma irgendwo rein bewegt. Oder wir haben vielleicht auch einfach nur Risse, die schon offen sind und Magma strömt durch und durch diese Strömung wird irgendwie dieser Riss oder wird das Elastische, die Erdkruste ist ja letztendlich elastisch und die wird dann irgendwie bewegt. Und auch das kann man an der Erdoberfläche messen als Tremor. Das sind so ganz kontinuierliche Schwingungen, die man messen kann an Vulkanen. Und das heißt, es gibt Erdbeben, die wirklich tektonische Ursachen haben, also an Plattengrenzen, an Subduktionszonen, an so Verschiebungs-, Störungszonen. Da gibt es klassische Erdbeben. Aber auch an Vulkanen gibt es Erdbeben, die dann aber, die heißen auch vulkanotektonisch. Also die haben wirklich den Vulkan und die Magmenbewegung im Untergrund als Ursache. Okay. Border Collie fragt noch, sind die Hügel am Plattensee in Ungarn auch erloschene Vulkanen und wann entstanden sie in welcher Erdepoche? Weiß ich jetzt. Da bin ich überfragt. Das ist schon sehr speziell, die Frage. Gut. Da kann ich nichts zu sagen. Das ist, glaube ich, auch eher eine Frage, die eher in Richtung Geologie geht. Also da bin ich komplett überfragt. Wolf Wey fragt noch, zu welchem Studium gehört das, was Sie machen? Also Geologie, Physik? Also wie wird man Geophysiker sozusagen? Das ist ja auch mal eine interessante Sache. Indem man Geophysik studiert. Es gibt tatsächlich ein paar Unis in Deutschland, wo es den Studiengang geht. Frankfurt auch, ja. Frankfurt auch, genau. In Hamburg haben wir den Bachelor kombiniert mit Ozeanografie. Also man kriegt die Kombination aus Geophysik und Ozeanografie, also flüssiger und fester Erde sozusagen. Und dann gibt es einen Master Geophysik, wo man letztendlich alles lernt über die Physik der Erde. Und da hat eben mein Professor sich da spezialisiert in Vulkanen und Physik der Vulkane. Und so bin ich da reingerutscht. Also ich glaube, Studium der Geophysik, das ist im Prinzip ein Physikstudium, wo man noch eine richtig dicke Portion Geowissenschaften mitbekommt. Ja. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Also es ist ein bisschen, kommt auf die Uni an, also Physikstudium plus ein bisschen Geowissenschaften, das sind hauptsächlich Kiel, glaube ich, Hamburg und Karlsruhe. Es gibt dann andere Unis, wo es ein bisschen mehr Geowissenschaften und ein bisschen weniger Physik ist. Also da, es ist leicht unterschiedlich. Aber in Hamburg ist es tatsächlich so, dass man die ersten drei Semester mit den Physikern zusammen alles macht, bis auf Teilchenphysik. Und dann irgendwann sich spezialisiert in Richtung Geophysik. Okay. Die Frage kam noch, wer finanziert solche Forschungen? Der Staat oder gibt es Interessen der Industrie und damit Geldmittel an diesen Forschungen? Also unsere Forschung wird hauptsächlich durch die DFG, also durch den Staat, finanziert. Also industriell, da muss man dann schon in bestimmte Länder gehen, die halt das Problem selber haben und die dann auch ein Interesse daran haben. Aber, muss ich auch ganz klar dazu sagen, da sind dann doch die lokalen Forscher meistens schneller, sich um diese Forschungsmittel zu bemühen. Also ich jammere nicht. Das ist halt nur einfach Tatsache, dass es in Italien sehr viele Vulkane gibt und auch in Italien sehr viele Vulkanologen, die sich eben mit den Vulkanen beschäftigen. Und sollen sie ja auch. Ich meine, das ist ja deren Recht. Aber ich glaube, die machen eher so die praktische Überwachung, während so diese Grundlagenforschung, das ist ja auch wichtig. Machen auch sehr viel Grundlagenforschung. Also es ist sehr weit verbreitet, die Grundlagenforschung. Also gerade diese numerischen Modelle für Eruptionssäulen, das ist ein Modell, zum Beispiel ist in Pisa entwickelt worden. Also das haben wir übernommen und da arbeiten wir mit den Italienern auch zusammen. Ich habe mal gesehen, eine Reportage, die haben ja ein riesiges Überwachungszentrum, wo, glaube ich, Stromboli und Ätna und ich glaube sogar noch ein Vulkan überwacht werden. Und die sind mit Sensoren nur so gespickt, diese italienischen Vulkane. Ja, ja, das ist wahrscheinlich das INGV, das Nationale Institut für Vulkanologie und Geophysik im Allgemeinen, glaube ich. Und die haben mehrere Bereiche. Die haben einmal im Raum Neapel das Observatorium, was für Vesuv und die phlegräischen Felder zuständig ist. Dann haben sie in Catania für Ätna und Stromboli was stehen. Und dann gibt es auch noch eins in Rom, was letztendlich viel Theoretisches macht. In Pisa machen sie da die numerischen Geschichten, also da machen sie eher Simulationen. Und dann gibt es auch noch in Florenz ein, zumindest, naja, da bin ich mir nicht sicher, ob die zum INGV gehören, aber die machen extrem viel Monitoring am Stromboli. Also es sind sehr viele Unis in Italien irgendwie mit Vulkanen zu tun. Ja klar, das ist, denke ich mal, auch naheliegend. Gut, Border Collie fragt noch, gibt es heutzutage eine Möglichkeit für die Bevölkerung, sich vor den pyroklastischen Strömen zu schützen? Oder wäre eine Katastrophe wie die von Pompeji auch heute noch denkbar? Das ist heute absolut denkbar. Also Schützen, ich wüsste kaum, naja, man kann sich irgendwie so Betonwelle vielleicht vorstellen, die so zumindest ein bisschen was ableiten. Aber das ist ja auch nicht, wer baut so was an einem Berg? Also an einem Berg so einen riesigen Wall mit, was weiß ich, mehreren, 10, 20, 30 bis 100 Meter Höhe, damit die Wolke da möglichst abgeleitet. Also das ist unwahrscheinlich, dass jemand sowas tatsächlich baut. Ich denke mal, die einzige Möglichkeit ist, so schnell wie möglich evakuieren, wenn sich sowas anbahnt. Ja, ja, evakuieren. Wobei die auch bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnell werden. Also da ist dann auch, wenn man denen auf sich zu kommen sieht, wegrennen hilft nicht. Man kann nur hoffen, dass man irgendwo seitlich ausweichen kann auf was Höhergelegenes, weil die genau wie Lavaflüsse hauptsächlich den Tälern folgen. Was sie aber auch können, ist dann eben, wenn so ein Gegenhang kommt, auch diesen Hang hochlaufen und dann ins nächste Tal rüber schwappen. Also bei pyroklastischen Dichteströmen, das ist ja sehr schwierig. Da ist kein Kraut gegen gewachsen. Aber es ist ja so, wie Sie auch schon sagten, die Leute nach ein paar Jahren ist die Gefahr irgendwie nicht mehr so im Gedächtnis. Und die siedeln sich ja überall an, weil das ja wohl auch ein sehr fruchtbares Land ist, wie Sie sagten. Extrem. Guter Dünger, ja. Das heißt, die Leute sitzen vielleicht auf einer großen Magmakammer und man weiß vielleicht auch gar nicht, durch welchen Schlot dann wieder irgendwas hochkommt. Das heißt, ist da irgendwie eine Vorhersage möglich? Das ist ja eigentlich auch pure Physik, das irgendwie zu vorherzuberechnen oder zu modellieren irgendwie. Ja und nein. Also es gibt, es hängt natürlich auch wieder vom Vulkan ab, wenn ich jetzt mal zu den phlegräischen Feldern gehe. Da ist tatsächlich, das ist ein riesiger Vulkan Caldera bei Neapel, westlich von Neapel. Da gibt es ganz viele Krater und man hat überhaupt keine Ahnung, welcher Krater als nächstes aktiv wird oder ob sich ein komplett neuer bildet. Das kann man, das hat irgendwie, es gab Versuche, das vorherzusagen und es hat bis jetzt noch nie funktioniert. Bei anderen Vulkanen, jetzt zum Beispiel Colima in Mexiko, da ist die Aktivität größtenteils, ja doch, recht sicher am Hauptvulkan, oben am Hauptvulkan. Da wohnen aber auch die Leute an den Flanken. Also wenn man da an die Stelle fährt, wo wir unsere Geräte stehen hatten, also oberhalb der Vegetationsgrenze, weil wir für das Radar eine freie Sicht brauchen, bis zur Vegetationsgrenze waren überall irgendwelche Plantagen, Zuckerrohrplantagen und alles Mögliche. Und da haben auch Leute gewohnt und das bewirtschaftet. Und auch jetzt nach diesem pyroklastischen Strom, der das Radar zerstört hat, der ist bis in bewohnte Gebiete, es waren zwei Finkas, bis in das Gebiet durchgedrungen. Aber die werden da trotzdem direkt alles wieder aufgebaut haben und werden wieder hingezogen sein. Ja, klar. Also es ist ja das Problem, dass an solchen Regionen auch sehr arme Leute wohnen und die haben ja nichts anderes. Also wenn man da Leute evakuiert und sagt, ihr könnt da nicht mehr wohnen, dann sagen ja, und kann ich meine Kuh mitnehmen? Das ist das Einzige, was ich habe. Und dann heißt das, nee, die Kuh können Sie nicht mitnehmen. Und dann, ja, dann muss ich halt jeden Tag zurückfahren, mich in Gefahr begeben, um die Kuh zu melken. Und dann sind sie doch den ganzen Tag da, weil sie auf den Feldern arbeiten. Und das, es ist ein extrem großes soziales Problem. Ja, und gerade solches fruchtbare Land lockt natürlich dann auch, wenn das arme Leute, die dann doch da ihr Auskommen haben und sagen, okay, lebe ich mit dem Risiko. Naja. Ja, oder auch das Haus haben meine Großeltern gebaut. Ich lebe jetzt hier drin, hier ist noch nie passiert. Warum soll ich jetzt weg? Warum soll ich mich evakuieren lassen? Warum? Das sind auch so Argumente, mit denen man da nochmal zu tun hat. Also nicht ich, weil das meine Aufgabe ist. Aber das, ja, ist schon auch wieder ein schwieriges Gebiet. Eine etwas physikalische Frage habe ich noch. Und zwar gibt es, habe ich das schon viel auf Fotos gesehen, dass man, wenn man so Fotos hat oder Filme von Vulkanausbrüchen, da gibt es diese vulkanischen Blitze in den Wolken dann. Weiß man schon, warum die überhaupt entstehen? Und wie da irgendwie, muss ja irgendeine Ladungstrennung passieren? Oder ist das auch noch ein ungeklärtes Gebiet? Also sagen wir mal so, da arbeitet gerade ein Doktorand dran. Genau an dieser Frage. Also wir haben die, wir haben im Moment am Vulkan Sakurajima in Japan mehrere verschiedene Geräte aufgebaut, mit denen man auch das elektrische Feld oder Änderung des elektrischen Felds messen kann während Eruption. Und wir versuchen eben in Kombination mit den Doppler-Radar-Daten eben auszufinden, was jetzt tatsächlich der Mechanismus ist der Ladungstrennung. Weil die, es gibt so verschiedene Ideen, also es gibt ja Triboelektrifikation, dass halt durch Reibung von Teilchen eben Ladungstrennung passiert. Es gibt auch die Möglichkeit, dass einfach durch Aufbrechen von Teilchen die Ladung getrennt wird. Aber was jetzt genau die Ursache ist, das ist tatsächlich im Moment noch eine große Debatte. Und das ist ein aktives Forschungsfeld. Das sind ja aber die ähnliche Prozesse, wie sie im normalen Gewitter auch passieren. Und da weiß man es ja auch so ungefähr, aber im Detail ist auch noch vieles nicht klar. Ja, wobei man da natürlich, dazu braucht man ganz eindeutig Graupel, also Eis. Ja, genau. Ansonsten funktioniert das nicht. Kleine und große Eiskristallchen, ja. Das sind, genau. Und diese Phänomene, zum Beispiel in der Eruptionswolke, wenn die dann so verdriftet, da gibt es auch immer noch Blitze. Also da gab es so eine große Eruption von Redoubt in Alaska. Da haben die die Eruptionswolke tatsächlich mit Blitzdetektoren getrackt. Also sie haben geguckt, wo geht die hin? Einfach, weil sie haben geguckt, wo sind jetzt Blitze. Und das ist tatsächlich dann so ein Graupelfänomen, weil in den Höhlen sich dann auch Eis bilden kann, weil Asche super Nukleationskeim für Eis und Graupel ist. Und dann bilden sich halt vermehrt auch solche Graupelkörner. Und da gibt es dann diese Blitze. Das heißt, dieser Graupelmechanismus, Gewittermechanismus, der passiert in der Eruptionswolke. Wie das aber in der Eruptionssäule passieren kann, auch nah am Wind, da ist es viel zu heiß, da kann kein Eis sich bilden. Also da sind die Bedingungen für Wasser so, dass es kann einfach nicht sein. Und deswegen muss man da irgendwie über die Asche irgendwas finden, also über die Partikel und die Ladungstrennung irgendwie auf diese Partikel übertragen. Und wenn man herausgefunden hat, wie das funktioniert, kann man vielleicht wiederum irgendwelche Rückschlüsse ziehen auf vielleicht die Menge an Asche, wenn man dann misst, wie viele Blitze oder wie viele elektrische Entladungen gewesen sind, kann man vielleicht Rückschlüsse ziehen auf so und so viel Asche ist aus dem Band gekommen oder so. Also die Hoffnungen sind groß. Da werden wir noch einiges von hören. Ja, dann gab es natürlich im Chat noch eine ganze Menge Lob für diesen wirklich wunderbaren Vortrag. Danke für den interessanten Vortrag, sagt Stine Schäfer. Hallo, hallo, sagt vielen Dank für den Vortrag. Danke für die super Erklärung, sagt KWK, KWK. Also ich sehe hier nur Lob, ich kann das gar nicht alles vorstellen. Danke für den Vortrag, an den Vortragen als auch an die Organisation. Martin, ich habe tatsächlich mit der Organisation nichts zu tun. Das hat Bruno Deis gemacht, den ich eigentlich nur vertrete, weil der im Urlaub ist. Also die Organisation, ich sitze hier einfach nur und rede. Deswegen muss ich das Lob an Bruno Deis weitergeben. Wolf Wall sagt noch, der Vortrag war pyroklastisch. Das war wahrscheinlich ein großes Lob. Ja, also wir haben tatsächlich auch nicht alle Chatfragen beantworten können, weil es ist tatsächlich doch am Schluss sehr viel zusammengekommen. Aber die wichtigsten, denke ich, haben wir. Ich muss jetzt auch noch, wir sehen uns gleich nochmal. Ich muss noch meine kleinen Ankündigungen machen, wie in jedem Stream. Und zwar übermorgen gibt es wieder ein Astronomie am Freitag Vortrag, auch hier als Livestream. Matthias Hannauske spricht über den Tanz der Neutronensterne. Also Matthias ist Physiker und dieser Tanz der Neutronensterne, dass da werden ja Gravitationswellen abgestrahlt. Das ist eine sehr interessante Sache. Also einschalten bitte und anschauen. Natürlich, wir haben jetzt vor ein paar Tagen die 7000 Abonnenten geknackt. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, liken Sie diesen Vortrag heute und natürlich auch die anderen Vorträge, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Und es lohnt sich auch immer, ein Blick auf unsere wunderbare Homepage über den Physikalischen Verein mit all unseren Veranstaltungen. Da können Sie uns auch eine Spende zukommen lassen. Vielen Dank schon mal, sehr unkompliziert. Und auch den Newsletter abonnieren, wo Sie sehr zeitnah erfahren, was wir gerade so an Seminaren, an Veranstaltungen machen. Zum Beispiel haben wir am 22. Oktober einen Scratch-Workshop. Das ist ein Kinder-Workshop. Scratch ist eine Programmiersprache für Kinder. Also den Workshop bieten wir für dritte und vierte Klasse an. Also Sie sehen das auch, da werden die, ja, da gibt es keine Programmzeilen, sondern die Programmierelemente, die werden so als Bauklötzchen da zusammen angeordnet. Also ist eine schöne Sache. Das heißt, wenn die kleinen Racker anfangen, Apps zu programmieren, dann ist Scratch dran schuld. Und natürlich die Krönung allen Schaffens des Physikalischen Vereins ist, wenn wir sie als neues Mitglied gewinnen könnten. Das heißt, werden Sie Mitglied. Geht auch über unsere Homepage sehr unbürokratisch. Können Sie sich also eine Beitrittserklärung runterladen. Ein Leckerbissen nächste Woche habe ich noch. Und zwar gibt es eine Sonnenfinsternis. Eine partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober. Das ist nächster Dienstag. Die, ja, wie gesagt, partielle Sonnenfinsternisse sind ja nicht so selten. Aber es ist eine schöne Sache, die Sie sich angucken können. Wahrscheinlich, wenn das Wetter mitspielt. Denn Oktober, man weiß es nicht, ob da das Wetter mitspielt. Hier sehen Sie nochmal die Daten. Aber wir haben auch Informationen auf unserer Homepage. Wenn das Wetter mitspielt, ist die Sternwarte wohl auf. Wir wissen noch nicht, wie es ist. Aber spätestens am Montag wird auf unserer Homepage definitiv zu sehen sein, ob wir eben geöffnet haben. Dann können Sie die Sonnenfinsternis bei uns auf der Plattform der Sternwarte unter fachkundiger Anleitung beobachten. Und bei der Gelegenheit nochmal ganz viel bitte, 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 bitte. Gucken Sie nicht mit bloßem Auge in die Sonne und schon gar nicht durch ein Fernrohr oder Fernglas, sondern schützen sich. Also im Zweifel diese wunderbaren Sonnenfinsternis-Sonnenbrillen, die sind wunderbar. Da kann man das sehr schön sehen. Und wenn Sie das machen, kann nichts passieren. Also gerade durch ein Teleskop mit ungeschütztem Auge, dann ist das Augenlicht sozusagen gleich weg. Ja, also deswegen diese herzliche Bitte. Und auf der Homepage steht spätestens am Montag, ob wir am Dienstag dann eine Veranstaltung machen. Hängt vom Wetter ab. Wenn das Wetter so schön ist wie die Tage jetzt. Wir hatten hier in Frankfurt einen wunderbaren Spätsommer jetzt im Oktober mit Sonnenschein und allem. Also auch relativ warm. Also das war schön eigentlich. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg war. Da ist ja immer so ein bisschen schlechtes Wetter. Aber für Oktober war es toll. Also auch heute wieder schöne Sonne. Und man hat schon fast gedacht, irgendwie ist es immer noch so ein bisschen Sommer. Deswegen könnte es sein, dass wir Glück haben und nächste Woche die Sonnenfinsternis sehen. Ja, wir drücken die Daumen. Ja, liebe Frau Schaaf, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich für diesen wunderbaren Vortrag. Und vielleicht irgendwann mal wieder hier in dieser Runde an dieser Stelle. Gut. Gerne. Ja, würde mich freuen. Ich danke mich auch nochmal für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Und danke für die schönen Fragen. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Ja, also denkt mal uns allen, es hat Spaß gemacht. Und dann nochmal liebe Grüße nach Hamburg. Und Ihnen natürlich und auch Ihnen allen einen schönen Rest der Woche. Bis demnächst. Ja, schon einmal kurz. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.